Hey, da sind wir wieder in Bestbesetzung. Almost Daily. Und dieses goldene Kissen. Juhu, da sind wir wieder. Bestbesetzung. Snap. Wenn man so einen Gruppen- High-Five fundiert und genau so. Achtung. Drei, zwei, eins. Geil, Mann. Oh mein Gott. Ich hab's nicht hingekriegt. Huma-Cringe. Boomer-Cringe. Ist das schon Boomer-Cringe oder was? Das ist Boomer-Cringe. Wie Boomer-Cringe sind wir eigentlich? 100. Jetzt ernsthaft jetzt. Auf einer Skala von? Ja, von 1 bis 100. Von 1 bis Kai Pflaume. Ich hätte gern so ein Rollenspiel, wo du die Kategorie Boomer-Cringe als Wert hast. Also Charisma, Boomer-Cringe. Wo nur so Werte sind, alter weißer Mann. Und dann skillt man die und dementsprechend bekommt man neue Dialogoptionen. Aber andere verschwinden komplett. Das ist ja auch ein Skill. Das macht dich halt härter, wenn du im Cringe geboren bist. So wie hier Bane oder so. You merely adopted the cringe. I was born in it. Molded. Molded in it. Stranger Cringe. So ist es gut. Ich krieg's nicht gebacken. Wir können das noch. Irgendwann werden die jungen Leute von heute ja auch alt. Und dann sind die aber anders cringe. Dann sind die nicht mehr OG-Cringe, sondern schon so New Age, so Neo-Cringe. Was kommt denn nach Boomer-Cringe? Anders Cringe. Das ist auch ein guter Name für ein Buch. Anders Cringe. Anders Cringe. Ja, das ist ja das Tolle daran, ähm, älter werden, dass das Teil des Prozesses ist, dass sich die Generationen voneinander abkapseln müssen, wie so eine Krabbe, die ihren Chittin-Panzer abstreift, um wachsen zu können. Mhm. Muss es immer eine, zwischen den Generationen so eine Spalte, so einen Graben geben. Und dadurch, dass die jungen Leute halt dann immer cool sind, weil sie halt neu sind und alles ist fresh und die haben viel mehr Energie und sind viel besser daran, einen zu beleidigen, weil wir einfach gar keinen Bock mehr auf den Scheiß haben. Ja. So ist es völlig normal. Also jede Generation hat ihre Zeit, wo sie angesagt ist und eine Zeit, wo sie verspottet wird. True Story. Ich hab, ähm, ich sag nicht, ich nenne keine Namen. Aber ich saß gestern mit meiner Frau auf der Veranda und ich schaute in den Horizont, etwas frustriert, und dann sagte ich so, nannte ich, äh, keine Namen. Zwei Prominente, keine Namen. Und ich sagte, ah, die sind schon ganz schön cool. Und dann sagte meine Frau, ja, aber die sind doch auch viel jünger. Du warst doch auch mal so. War's cool? Ja, naja. Jünger. Schön, dass du direkt in diese Kerbe schlägst, aber so. Ich glaube, was auch. Und ich hab nur gedacht so, ja, aber was willst du jetzt damit sagen? Sagst du, ja, du hattest deine Zeit und die haben jetzt ihre Zeit. Oh, fuck. Das ist eine Frau. Oder jetzt eine weiße Frau. Ja, eine weiße Frau. Und dann saß ich da und dachte nur so, ja, einerseits war, andererseits fühl ich mich jetzt noch schlechter. Es ist noch mal die Bestätigung, dass die Zeit vorbei ist. Und direkt hat so der Apparat eingesetzt. Hab ich damals, als ich noch jung und kinderlos und frei war, hab ich genug aus dieser Zeit damals rausgekommen? War ich mir bewusst, dass diese Zeit nicht ewig hält? Nein, nein, nein. Es gibt so Leute wie Gino, die machen das. Ich hab neulich mit Gino gesprochen auf unserer Party und hab ihm einfach nur gesagt, er lebt das Leben. Ja. Du machst alles richtig. Ständig auf Reisen, auch lange. Ja, also der macht das. Der macht alles so. Und der wird dann irgendwann, wenn er älter ist, zurückblicken und sagen, ja, ich hab das Leben gelebt. Aber wir, wir waren ja froh, dass wir damals in diesen einen Club rein durften, weil die Türsteher unseren Parkplatz benutzt haben. Was up, ne? Das war unser. Wenn das MK2 war. MK2, After Work. Hey Leute, hier kommen wir rein. Ich weiß, wir sehen nicht so aus wie Leute, die hier reinkommen, aber wisst ihr was? Der Türsteher ist auf unserem Parkplatz. Also wow, macht klappt. Dann schließen wir's Tor. After Work Club im MK2 und niemand hat sich von uns jemals wohlgefühlt in diesem Laden, oder? Wir sind da reingegangen und es war immer irgendwie so. Es war immer cringe. I'm not supposed to be here. Ja, stimmt, es war immer cringe. Es kann doch nicht sein, dass wir direkt schon wieder, es ist nicht vorbei. Es gibt immer noch Generationen, die älter sind als wir. Das dürfen wir nicht vergessen. Aber es werden weniger. Ja gut, aber in welcher Zeitspanne der ist? Also es ist bei mir schon so, wenn du, also erstmal, ja, jeder hat seine Zeit. Das Ding ist, dass ältere Leute interessieren sich ja auch nicht für die Jungen. Wir stellen es immer so dar, das ist irgendwie so, hey, und jedem am Anfang wohnt ein Zauber inne. Alles was neu ist, ist erstmal besser und cooler. Das ist ja auch ein sehr kapitalistischer Gedanke, mit dem wachsen wir auf. Aber genauso wenig wie die jungen Leute was mit Alten anfangen können, können ja die Alten was mit jungen Leuten anfangen. So, deswegen ist es ja nicht so, dass ich jetzt einen 19-jährigen TikToker angucke und denke, wow, ist der cool. 19-Jährigen vielleicht nicht, aber ich seh schon so ... Ich guck ehrlich, ich hab gar keinen TikTok. Aber ich kenn schon so Leute, die, weiß ich, so 30, Mitte 30 sind, wo ich sage, ah, die machen coole Sachen, die sind cool. Ja, aber Mitte 30 ist ... Das ist immer noch zehn Jahre jünger. Ja, ja, also Mitte 30 ist für mich jetzt nicht diese junge Generation. Nee, aber das ist so, wir sind ja ... Aber es ist halt trotzdem nochmal eine andere Generation. Das stimmt, alle zehn Jahre ist es so ein bisschen geschickt. Das ist so zehn Jahre, das sind jetzt die Angesagten oder so, die coolen. Aber was mir schon passiert ist, dass ich dann wirklich, weil, was du gerade sagtest, Rudi, dass immer häufiger Leute sterben, die ich kenne, die dann, wo ich weiß, okay, es gibt so eine Grenze, ab da kennt keiner mehr diese Person, also so eine Generationsgrenze, Jahrgang, so und so. Was weiß ich, Rudi Carell oder Heinz Rühmann, die kennt einfach ... Es gibt eine Grenze, wer ist das? Und es waren halt Stars. Irgendwann wird Thomas Gottschalk irgendwann in Vergessenheit geraten. Es waren halt die größten Stars in Deutschland. Die Relevanz, die diese Personen mal hatten, die, also manchmal denkt man, also die jungen Leute, ja, hab ich schon mal gehört oder so, ne, den Namen. Aber was ist das für eine Relevanz auf einen, also welchen Impact diese Personen teilweise hatten zu Lebzeiten oder als sie auf dem Peak waren? Das wissen die Leute gar nicht mehr. Aber dann ist die einzige Bemessungsgrundlage dafür ja Bekanntheit oder was? Oder wie? Für was? Ja, jetzt gerade so als Beispiel irgendwie, ja, Bekanntheit so von wegen ... Eindruck in der Gesellschaft, meinst du? Ja, genau. Also man guckt jetzt irgendwo hin und sieht irgendwie Leute, die Erfolg haben oder bekannt sind, berühmt sind, keine Ahnung was, jüngere Generationen, vergleicht die mit den älteren Generationen, die dann halt wegbrechen. Von daher geb ich dir natürlich recht, aber ... Ja, aber danach sind die Alten ja noch viel bekannter, weil Rudi Carell kannte zu seinen Zeiten ja absolut jeder. Weil's ja weniger Auswahl gab. Und heute ist es schon schwer, heute gibt's so viele Influencer, so viele Leute, die auch trotzdem Millionen Leute kennen, aber das ist nicht dasselbe wie damals, so, find ich. Wie da ... Ja, dieser Bekanntheitsgrad, den du grad meinst. Ja, das natürlich, auf jeden Fall. Damals gab's auch weniger, also das war viel mehr Flaschenhals. Also damals gab's einfach nicht die Milliarden Kanäle, die man sich jetzt tagtäglich reinballert. Das ist ja logisch. Das waren seine Zeiten. Ja, ich persönlich würd sagen, das war jetzt nicht besser. Nee, ganz ehrlich nicht. Also, ganz ehrlich. Ich bin Freund der Auswahl. Ich find's nur lustig. Ich bin auch ein Freund der Auswahl. Wir werden nie wieder das erreichen, dass einzelne Leute so bekannt werden wie Michael Jackson oder irgendwas, weil's einfach, glaub ich, gar nicht mehr geht. Taylor Swift ist, glaub ich, größer, oder? Nein, Taylor Swift ist auf gar keinen Fall größer als Michael Jackson. Also, bitte. Echt nicht? Also, die ist schon weltweit gesehen, ist die schon groß, aber ich glaube, du unterschätzt, wie krass Michael Jackson in den 80ern war. Ja, zu der Zeit natürlich, weil's keine anderen großen Super-Megastars mit dem größten... Ja, auch was Racket-Sales und so weiter angeht, also was verkauft... Da hat Taylor Swift doch alles, äh, die ist doch jetzt... Okay, ich mein, das kann natürlich sein, dass die jetzt voll die krassen Zahlen macht. Aber, also, ich hab das Gefühl, dass da Welten dazwischen liegen, gerade was diese Bedeutung angeht. Hat Michael Jackson jemals ein Erdbeben ausgelöst? Also, dass, 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 dass Seismografen, äh, zu der Zeit gab's die Seismografen noch nie. Ja, aber als er damals, dieses, ah, ha, ha, da, 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 da ist schon was passiert. In jedem von uns ist ein kleines Erdbeben entstanden, meinst du? Ja, ey, ey, ich weiß noch, bei Welten daz, er auf dem Kran, dann, 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 dann weiß es hell. Wo ich mich so rübergebeugt hab. Alter, ey, ich bin wirklich... Ey, Leute. Das war Peak-Fernsehen für mich damals, das war, das war das Lagerfeuer, wo heute Leute... Michael Jackson bei Welten daz, das war, das war der, ab da ging's Downhill. Genau, das wollte nie wieder erreicht werden. Ja, das... Ich wollte was auf dich, aber sag erst mal fertig, danach würde ich auf was eingehen, was du vorhin gesagt hast. Ich wollte nur zu Michael Jackson nochmal sagen, dass der ja auch schon als Kinderstar, ähm, Millionen Menschen, Milliarden Menschen auf der Welt irgendwie berührt hat. Aber... Da steckt auf jeden Fall ein Gag drin. Und das hat er zurückgegeben. Jedenfalls, äh, der, der ist ja da, also die Leute sind ja mit dem gewachsen. Also der war ja schon damals Jackson 5, da gibt's ja superviele Hits, so, was weiß ich, ABC, 1, 2, 3, whatever, wie die alle hießen. Ähm, das ist ja gleich, aber ja. Und dann ist, also der hat ja, also der hat ja, ne, also der hat ja, Zeit seines Lebens, war der musikalisch relevant. Es gab immer mal Phasen, wo der dann nichts Neues gemacht hat und nur auch nur von seiner Popularität und alten Alben oder so gelebt hat. Er hat jetzt nicht ständig ein neues Album rausgebracht. Aber der war eigentlich, von der Kindheit an bis zu seinem Tod war der relevant. Ähm, so ein bisschen wie Elvis auch oder so. Also, der war jetzt kein Kinderstar, aber der war auch sehr früh populär. Also, der ist nicht in Vergessenheit geraten, der ist nicht so ausgefaded. Mhm. Wisst ihr, was ich mein? Ja, wobei er ja am Ende seines Lebens weniger dann durch seine Musik von sich hat Sprechen machen lassen. Ja, schade auch. Aber ich hab neulich, hab ich so, auch so ein Video gesehen, da berichtet so einer da drüber über, äh, Michael Jackson, was für ein Genius er war, was gar nicht so richtig bekannt ist, ähm, was so die Komposition, äh, das Komponieren seiner Songs und Produzieren seiner Songs angeht, weil er so gesagt hat, irgendwie so, ihn nerven irgendwie, dass alle Sounds, weil die alle aus Maschinen kommen oder so, alle immer gleich klingen. Also, die gleiche Hi-Hat, gleiche Drums und so weiter, gleiche, und dann hat er irgendwie zu irgendeinem Producer gesagt, ey, ich will, dass du auf einen Schrottplatz gehst und einfach Sounds sammelst, äh, irgendwie so. Und da ist dann dieses, ähm, dieses Metallische, nee, dieses Metallische, ich glaub, ist es bei Thriller? Deng, deng, ich krieg's jetzt nicht so gut nach. Kannst du es nochmal machen, bitte. Ist schon, äh, oder ich glaub, ist es bei Just Beat It? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall dieser ganz berühmte metallische Sound, der da so am Anfang kommt. Deng, 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 deng. Aber das ist ne, nee, das ist ne Gitarre, ne? Aber ich glaub, ich weiß, was du meinst, so komische Geräusche. Ja, auf jeden Fall, bottom line ist genau, dass er halt einfach, dass die Sounds, die er teilweise benutzt hat für seine Songs, die hat er halt selber erfunden in einer gewissen Weise. Und das find ich schon interessant, das, weil das ist so ne Seite von ihm, die man gar nicht so, man denkt, der ist einfach nur hingegangen, hat getanzt und gesungen, aber nee, der war halt voll auch verkopft in dieses Thema. Ich glaub, das wird anderen Generationen genauso gehen mit anderen Künstlern der jeweiligen Generationen, die sind dann so committed und so dran, dass sie halt alles von der Person wissen und da fädet's dann halt auch später weg, sag ich mal. Also das eine Phänomen ist, dass die Welt diese Person irgendwie kennt und das andere ist, also Billie Eilish so als Beispiel, wird auch voll dafür gefeiert, dass sie bei sich zu Hause im Wohnzimmer 400 Takes aufnimmt und dann cutten die aber wirklich mehr oder weniger Note für Note aus den verschiedenen Takes zusammen. Ich persönlich find das jetzt nicht was Besonderes irgendwie, ich bin auch kein Musiker, ich find's eher strange, also warum denn? Aber die Schnittarbeit kannst du sicherlich würdigen, oder? Ja, aber genau da würd ich dann auch sagen, ja, Frame by Frame irgendwie, das würdige ich, aber ist das sinnvoll? Also das ist jetzt kein Stilelement oder sowas, das macht die Musik glaub ich nicht besser oder sowas, ne? Ich weiß nicht. Aber das sind dann auch so Sachen, da werden dann vielleicht andere auch sagen, ja, Billie Eilish, ey, die ist, keine Ahnung, was die jetzt noch die nächsten 20, 30 Jahre macht. Ich find Billie Eilish echt cool, weil die irgendwie so ne, die hat ne lustige Bühnenpräsenz und trägt immer weirden Shit, also wenn immer ich die gesehen hab, fand ich die, hat die die Bühne ganz gut, und die ist ja auch nicht so groß jetzt, ja, ist ja echt eine kleine Frau, ne? Und die ist einfach größer als sie selbst, wenn sie auf der Bühne ist. Fand ich schon cool, aber ich bin auch kein Musikexperte. Ich wollt kurz was sagen, du machst so, willst du noch was sagen? Ich wollt das Thema Alt einfach mal abschließen, weil Alt ist, wenn man halt über das Alter redet halt. Jedes Mal sagt man, ich wollt auch ohne. So sind wir aber immer. Ich will nur kurz sagen, weil zum Glück hab ich's mir gemerkt, das passt aber perfekt zu Alt und zu dem Midlife-Crisis und die letzten 10 Jahre und die 20 Jahre sind alle jünger und geht um diese Schalengeschichte mit den Krebsen und so, die sich dann ein neues Haus suchen. Und da musste ich an diesen einen YouTuber denken, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie der heißt, aber der hat so, der sucht sich so kleine Krebse, die irgendwo rumlaufen und die haben meistens, haben die irgendeinen Crap aus Plastik, irgendwas, was irgendwie Menschen gemacht ist oder irgendein Mist, wo du denkst, oh, das ist aber schäbig. Und dann hat der so einen Koffer aus verschiedenen Schalen und so und dann gibt er dem ein neues Haus. Muscheln. Muscheln, natürlich, ja. Und ich denk mir so, wie geil. So, was der sich, wenn er denken könnte, so auf der Art, was der sich denken müsste. Alter, da kommt einer, der gibt mir ein neues Haus, echt, das ist mir? Wow, okay, komm, ich geh mal rein. Oh, es passt perfekt. Und dann düst du ab und denkst wahrscheinlich, ich klau das dem jetzt. Mr. Beast für Krebs. Ja, genau. Und das ist so schön, dass Leute das machen. Ich weiß gar nicht, ich find das fast schöner, als wenn Menschen Menschen helfen. Aber was du nicht siehst, ist, dass der denen das, wenn die Kamera aus ist, nimmt der denen das wieder weg. Wahrscheinlich, er braucht den Koffer. Drück den Koffer, ja. Und isst den Krebs auf. Das ist wie bei diesen Hausbau, oder nee, diese komischen Serien, wo dann auch nur so getan wird. In my right, ja. Ja, genau, mit my right, danach hat sie den Apfel gebraucht. Ey, könnte man nicht auf so einem Krebs sein Ding pimpen, also mit so Neon, so kleinen Neonleisten. Damit die schneller gefunden werden von den Fressfeinden. Vielleicht Elektroschocker noch. Also, wenn sie jemand dann... So kleine Waffen drauf, Heißluft, Heißklebepistole, so kleine Schießgeräte oder so was. So Spikes auch. Ich glaub, das ist eine Marktlücke, dass wir Tiere für unser Amüsement missbrauchen. Okay, das ist nicht so gut. Großer Markt, glaube ich. Ja, so mein ich das natürlich. Ich will die nur, ich will sie vorbereiten für die harte Umwelt. Aber ich würde nie mit Tieren sowas machen. Ich find das schön. Schildkröten wählen, Simon. Ich finde nur, die Metapher ist toll, die du da aufgemacht hast, dass wir alle unsere Schale irgendwann wechseln oder unser Haus wechseln, unser Umfeld wechseln, wenn wir wachsen. Und dann dachte ich an diese Michael-Jackson-Geschichte, der hatte quasi ein riesiges Haus. In Neverland-Land-Range. Ich mein jetzt jemanden, genau, Neverland-Range. Aber ich mein damit, wenn Leute dann ganz groß sind, ein Riesenhaus haben und dann werden sie aber wieder kleiner, weil ja irgendwann alles wieder abnimmt. Der Ruhm und alles und sie verblassen. Und dann sind sie als ganz kleine Wurst wieder in ihrem riesigen Schneckenhaus, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich hab gerade aus Krebs und Schnecke gemacht, aber ihr versteht schon. Ah, da musste ich noch, ich hab diese Arnold Schwarzenegger-Doku gesehen und auf Netflix, glaub ich, so vier Teile oder so. Und am Ende ist er ja, Spoiler, aber ist jetzt biografisch, also kein wirklicher Spoiler, aber am Ende ist er halt in seinem Haus und die ganze Zeit ist er halt, also während die Doku sein Leben so erzählt, ist er immer umgeben von super vielen Leuten. In seiner Bodybuilder-Zeit, in seiner Schauspieler-Zeit, in seiner Governor-Zeit. Aber am Ende, wenn er so erzählt, ist er allein in so einem Riesenhaus mit seinen Eseln und so. Und da tat er mir auf einmal so leid, weil der hat ja damals seine Frau betrogen, ne, mit der Haushälterin oder so, hat ja auch einen Sohn gezeugt und so. Und davor waren die immer alle zusammen und dann auf einmal waren die so irgendwie alle weg und er war allein in diesem Riesenhaus. Und da hab ich mir gedacht so, ey, eigentlich ist es auch ein Stück weit traurig. Aber vielleicht ist er, wahrscheinlich ist er gar nicht traurig, aber es fand's in dem, weil es passte zu dem, was du gesagt hast. Ja, es ist ein krasses Bild. Ich weiß nicht, ob die das Bild damit aussagen wollten, aber ja, es stimmt. Ist ganz lustig, ich war ja letzte Woche nicht hier bei Omoswell, sondern bei Bill Burr und er hält eine zehnminütige Laudatio quasi in seinem Stand-Up über Arnold Schwarzenegger. Das war echt? Und feiert ihn richtig ab und meint halt, was der Typ alles erreicht hat. Unfassbar, drei Leben in einem, ja. Was der, er macht das halt auch so gut nach, weil er dann so auch nachmacht, was für ein Selbstverständnis und Selbstvertrauen du haben musst, wenn du so Sprachprobleme hast, aber nach Amerika gehst und sagst, ich werd hier einfach einer der krassesten Filmstars. Und diese Attitude, die der hatte in seinem ganzen Leben mit allem, was der angefasst hat und so weiter, er biegt dann ein bisschen dirty ab. Ich weiß jetzt sicher, auch nicht spoilern und so, aber das, nur was lustig, dass du's grad gesagt hast, weil ich hab die Doku noch nicht gesehen, aber ich find's lustig, dass Bill Burr das Gefühl hatte, er müsste mal eine Lanze für Schwarzenegger brechen, weil er meint halt, er wird halt immer verarscht für seine, für seine Sprache und so weiter. Und dann hat er halt auch so gemeint, stell dir mal vor, irgendein Amerikaner geht nach Österreich und versucht die Sprache zu sprechen, wird da irgendwie der größte Schauspieler, geht dann noch irgendwie in die Politik und so weiter und wird Weltmeister in einer Sportart und so weiter. Also was der alles, er hat gemeint, das fand ich ganz lustig. Aber war gut, Bill Burr? War super, ja, war sehr, sehr, sehr gut. Und es war krass, wir waren quasi zu viert, also Jan Gustafsson, Andi Bardet, noch der Kumpel von Andi. Und was wir nicht wussten ist, du durftest keine, das war in der Mercedes-Benz Arena in Berlin und du durftest keine Rucksäcke mit reinnehmen. Aber wir wussten halt nicht, weil die Show sollte um 19.30 Uhr beginnen, der letzte Zug von Berlin nach Hamburg ist um 22.30 Uhr und wir haben halt gerechnet, okay, wenn der hünktlich anfängt und hat noch zwei andere Acts als Vorgruppe, so, was so die Regel ist, und die machen eine halbe Stunde. Wenn er dann auch eine bis zwei Stunden macht, und dann haben wir schon so gerechnet, schaffen wir es noch zum Zug, ne, wenn du dann aus der Halle erstmal rauskommen musst, dann noch mit dem Taxi. Schwierig dann doch. Genau, und das war knapp, und dann kommen wir da hin und es gab so viele Schlangen, es war vor der Mercedes-Benz Arena, vor den Eingängen, waren Schlangen 50 bis 100 Meter lang, wo die Leute standen. Und dann gab's noch so einen kleinen, wie früher bei Giga Games, so einen kleinen Container und da war Rucksackannahme und da war nochmal eine Riesenschlange. Und wir, und dann standen, Jan und der Kumpel von Andi hatten beide einen Rucksack, wegen potenzieller Übernachtungsmöglichkeiten, Zahnbürste, Klamotten und so weiter. Schachbrett auch. Schachbrett hat er immer dabei, genau. Und dann, also die erste Frage war, wie wollen die alle Rucksäcke von den Leuten in diesen kleinen Kabuff kriegen und wie wollen sie am Ende die wieder raussortieren, den Leuten, die ihren richtigen Rucksack geben. Also das war schon allein eine logistische Herausforderung. Und dann haben wir gedacht, okay, wenn wir uns jetzt erst hier anstellen müssen, bis wir die Rucksäcke abgegeben haben, dann nochmal da anstellen bis rein und es war schon zehn vor halb oder so, wir werden halt einfach die ganze Show verpassen. Was lustig ist, weil dadurch, dass ihr euch darauf vorbereitet habt, dass ihr eventuell dort schlafen müsst, musstet ihr am Ende dann schlafen, weil ihr den Rucksack wieder holt. Genau, es ist genau das, das ganze System hat uns mehr oder weniger gefickt, aber es hat noch die anderen noch mehr gefickt, weil, zum Glück, ihr wisst ja alle, ich bin ja sehr klug. Ja. Ja, 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 ja. Und dann hatte ich folgende Idee. Warum mieten wir nicht einen Car-to-go, der hier steht und packen die Sachen in den Kofferraum? Weil das 30 Cent pro Minute kostet? Ja, aber für zwei Stunden dann halt 15 Euro. Dafür kommst du raus. Ja, das ist gar nicht so dumm. Und dann haben wir das gemacht. Das ist eine dumme Idee. Und wir waren ja ein bisschen, was wir gemacht haben. Und es hat geklappt. Wir haben dann ein Car-to-go da, also so ein Carsharing-Auto da, was da irgendwo stand. Sind da hin, unsere Taschen rein, haben das auf Parken gestellt. Das Gute war, dass wir dann auch noch natürlich direkt schon das Auto hatten, mit dem wir zum Bahnhof fahren konnten. Und das Geile war, wir kommen zurück von dem Auto und dieses Kabüffchen mit den Rucksäcken war zu. Und wir so, hä, wieso ist das jetzt zu? Da standen doch eben noch hunderte Leute. Ja, das war voll. Na, haben die einfach dann zugemacht und gesagt, ja, auf der anderen Seite ist noch eins. Und jetzt stell dir mal vor, du stehst da eine Dreiviertelstunde, kurz vor Konzertbeginn, um deinen Rucksack da abzugeben, was dich schon abfuckt, dass du den nicht mehr reinnehmen kannst. Und kurz bevor du dran bist, um deinen Rucksack abzugeben, machen die zu und sagen, ja, auf der anderen Seite geht's weiter. Also das wär mega Abfuck gewesen. Und dann musstest du noch drinnen deine Handys in so einen Beutel tun, der verschlossen wird von der Security. Den kannst du auch nicht mehr selber aufmachen. Den kann nur Security aufmachen, damit du nicht Fotos machst während des Endes. Und dann saßen wir da relativ nah an der Stage. Und dann ist die Show vorbei. Und es ist irgendwie Viertel vor zehn. Und ich nehm so Blickkontakt zu Andi und seinem Kumpel auf. Und wir sehen einfach, wie die Traube, wie das ganze Zeug geht so durch zwei Ausgänge, wo nochmal zwei Rolltreppen sind. Und du weißt, es wird hier einfach eine Dreiviertelstunde, bis du überhaupt nur rauskommst. Und dann müssen alle nochmal unten anstehen beim Security, um ihre Handys aus den Säcken rauszuholen. Aber dann, ihr wisst ja, ich bin... Jetzt bin ich gespannt, was jetzt... Ihr wisst ja, ich bin ziemlich schlau. Dann hab ich geguckt und hab gesehen, okay, da oben links, also quasi parallel zur Bühne auf dem Oberrang, ist ein Ausgang, der quasi nicht benutzt wird. Aber das ist ein Zaun. Alter. Das hält dich nicht auf. Das hält dich nicht auf, ne? Das hält mich nicht auf. Zaun. Ich bin über den scheiß Zaun geklettert. Ne! Ich bin über den scheiß Zaun geklettert. Und die anderen auch? Und hinter mir eine Welle von Menschen auch. Warst du der Erste? Ich war fast der Erste an der Rolltreppe. Fast der, ach so. Ja, aber es war dann schon ein paar raus. Jetzt kommt nochmal, du warst fast der Erste, der über den Zaun gestiegen ist. Ne, ne, ne. Ich bin über den Zaun geklettert. Da war ich, glaub ich, wirklich der Erste, der sozusagen den erklärt... Weil die Security haben nix gemacht. Der Damm ist gebrochen. Den war das egal. Und dann, der Bann war gebrochen. Dann sind zu viele schon drüber geredet. Dann haben die gedacht, okay, fuck it. Und dann sind wir raus. War relativ schnell an der Rolltreppe. Relativ schnell am Security. Sind zu unserem Car2Go. Mit dem Car2Go zum Bahnhof. Wir waren um zehn vor halb da. Also zehn vor halb elf. Da ist ein M-Zug. Da würde ich den allerletzten gerade noch erwischen. Und dann sagt der Zugfahrer, wir warten noch auf Passagiere aus einem anderen Zug. Wir fahren mit 45 Minuten Verspätung los. Und zwar mehr oder weniger alles umsonst. Ja, okay, aber... Das ist schade. Ich mein, bis dahin war die Story cool. Aber das ist wirklich normal. Also Verspätung, ja. Ja, du bist ja eben... Ich sag mal, es ist wirklich normal. Ich fänd's cool, wenn die gesagt hätten, wir warten noch auf die Zuschauer von Bill Burr. Das fänd ich cool. Ja, sowas hab ich eigentlich auch erwartet. Das wäre viel lustig, wenn die gesagt hätten, aufgrund einiger Probleme bei der Rucksack-Ausgabe warten wir noch auf die Raudis, die in die Security umgangen sind, indem sie über den Zaun gestiegen sind. Die Polizei sucht noch vier einige Täter, die die Absperrung besprochen haben. Er wollte sich noch einen Döner holen und den ganzen Tag nichts gegessen hat und dann fahren wir los. Aber ist eigentlich smart. Also wenn die Handys auch alle weggepackt werden, dann kann dich ja niemand aufnehmen, wenn du dann Sachen machst. Aber es klingt nach einer Pain in the Ass für alle Besucher, um einmal zwei Stunden Bill Burr zu sehen. Das ist ja sechs Stunden. Aber wie viele Leute sind die? Da waren ein paar Tausend in der Mercedes. Irgendwie musst du es ja organisieren. Ja, das Schlimme war auch zum Beispiel Bier. Es gab einen Bierstand und die Schlange an diesem Bierstand war so unfassbar lang. Und dann ging's drinnen schon los und gefühlt ein Drittel stand noch an dem Bierstand. Weil natürlich will jeder irgendwie ein Bierchen, also vor allen Dingen auch Stand-Up-Communians wollen in der Regel, dass das Publikum ein bisschen was schon getrunken hat, um lockert zu werden. Und es ging einfach nicht. Also wo ich mir auch denke, warum haben die, also die hätten so viel verkaufen können. Die verdienen ja damit Geld. Warum machen die nicht wie ein Theme Park? Du machst mit dem Einladen, dann mach so viele neue Läden hin, bis quasi die Leute verteilt sind. Weil alles andere ist nur rausgeschmissenes Geld. Ich versteh das auch bei diesen neuen Arenen nicht, warum die nicht so eine Pipeline legen. Also du kannst doch einfach eine Pipeline legen und dann quasi in die Rücklehne jeweils so ein Zapfhahn machen. Und dann gibst du einen Becher aus und dann schmeißt du einen Euro rein oder ziehst die Kritikkarte durch. Und dann kommt genau von einem Becher Bier da raus. Ich glaub, wenn du sowas baust, wirst du damit absurd reich. Also du wirst das 100% verdienen. Ich denke, das zu hacken. Spätestens bei irgendeiner Ultrakurve wird dann mit der Spitzhacke rein. Okay, das kann sein. Okay, dann muss man sich überlegen, wie kommen die mit der Spitzhacke. Bierpost, also Rohrpost. Das ist hygienetechnisch vollkommen gelormt. Das würde gehen. Das heißt, du hast wirklich so eine Rohrpost. Als wäre es miteinander geschafft. Dann gibst du deinen Sitz ein und dann muss man nur ein bisschen gucken, weil das spritzt natürlich dann, wenn du das so ein, wie heißt das, kohlensäurehaltiges Kaltgetränk so einem rasanten Trip aussetzt, dann wird das in deinem Gesicht explodieren. Aber hey, dann kannst du ja für einen Euro noch einen Lappen bestellen. Ja, und dann kannst du weniger trinken davon, weil es ja verspritzt wird. Das heißt, du machst noch mehr Gewinner. Du bestellst noch mehr. Aber wir sind uns alle einig, das kann doch nicht der Weißheit letzter Schluss sein, dass man irgendwie, dass es sich im Bereich des Bierservierens nicht mehr tut. Ich meine, mittlerweile gibt es ja so, die manchmal so mit Bierrucksäcken, glaube ich, so im Fußballstudio, die dann schon so reinschießen. Das ist ja schon mal, das gab es da halt nicht. Aber das wäre auch während Stand-Up ein bisschen schwierig. Das wäre ein bisschen schwierig. Aber vorher halt, so kurz bevor es losgeht, dass die durch die Manege laufen und allen Leuten irgendwie was geben und so. Das Publikum war halt stocknüchtern. Das hast du halt teilweise auch gemerkt. Ja, echt? War das so? Ja, ich meine, ich glaube, der Deutsche an sich, dem schadet es nicht, ein bisschen Alkohol zu trinken und ein bisschen lockerer zu werden, sonst ist es immer ... Ja, der Deutsche lacht ungerne, als würde es was kosten, habe ich heute getwittert. Was? Der Deutsche lacht so ungerne, als würde es was kosten. Und ich glaube, da ist was dran. Ich habe das natürlich aus einer Reaktion herausgeschrieben, weil ich genervt war, aber ... Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber ich finde so, das beschreibt den Deutschen ganz gut. Das ist nicht böse gemeint. Wir können alle ein bisschen mehr Spaß vertragen. Da kann ich jetzt keine Freude dran finden. Ich habe schon gelacht. Mein Lachkontingent ist vorbei für heute. Aber das Main ... Ich war eh noch nie bei einem echten Stand-up-Kommission. Ich würde wirklich gerne ... Du hast ja vor Monaten schon geschrieben, wer kommt nach Berlin so halt. Und ich würde das wirklich gerne mal erleben. Wenn du willst, gar nicht ein paar Jokes vortragen. Es ist was anderes. Hast du noch Bier? Nee. Siehste. Gefährlich. Ich habe auch mal so ein Statement gemacht. Da war ich ganz schnell. Aber ganz schnell. Irgendwo, wo ich nicht sein wollte. Ja, aber von mir war es ja ein Joke. Ach so. Ja, ganz sicher eine Hundepfeife. Ich weiß nicht, worum es geht jetzt, aber ... Am Ende bist du wahrscheinlich einfach ... Ich weiß nicht, worum es geht, aber ... Das war eine Hundepfeife. Ja, ich meine ... Nein, so gerade ... Joke. Ich habe nur so gedacht, okay, ganz sicher ist das wieder hier irgendwas. Nein, er hat doch damals ... Diese Wette da gemacht, dass er mal Stand-up macht, das meint der gerade. Ach so. Ich würde einfach gerne mal ... Du meinst das im Kino? Ja. Ich würde gerne wirklich beim Publikum sitzen, bei Bill Burr zum Beispiel. Ja, warum kommst du nicht mit? Ja, ging halt nicht. Aber ... Wieso machst du, wenn das ... Ich würde mich kollektiv lachen, wenn das Publikum ein bisschen ... Also nicht locker war, schade. Ich hatte Jan Gustafsson neben mir. Hat er gelacht? So wie er kann. Jeder wie er kann. Aber es macht natürlich schon einen Unterschied, ob man das zu Hause am Fernseher guckt oder in einer Halle voll mit Leuten, die halt auch dann bereit sind, sich fallen zu lassen und auch Bock drauf haben. Es ist viel besser, wenn man um sich herum so eine Aura des Spaßes hat. Und einfach Leute ein bisschen ... Auch manche lachen halt auch bei den dümmsten Sachen noch und das trägt das Ganze dann aber so. Aber ich muss sagen, ich war ja auch schon in so kleineren Comedy-Clubs so und ich finde so eine Atmosphäre in so einer kleinen Kaschemme, wo, weiß ich nicht, nur so 100 Leute drinnen sitzen und es ist so ein bisschen verraucht und so ein bisschen intimer, ja, cozy irgendwie, keine Ahnung. Das kommt viel geiler rüber. Definitiv, ja. Als in so einer riesen ... Stadium. In so einer Halle, wo so, weiß ich nicht, also das hilft gar nicht mehr unbedingt. Es gibt, alle sind genervt, weil ihre Rucksäge nicht losgeworden sind. Und die Handys nicht benutzt. Siehste, siehste. Ich war mit Uke in London, der ja übrigens, Uke am Freitag ist hier wieder Werwolf, da werdet ihr Uke wiedersehen und der ist ja ein UK-Spezialist, der kenne ich gut in London aus. Und als ich mich ein paar Mal mit ihm ... Wie bitte? Irgendes namens auch. UK. UK-Expert. Es gibt ja hier das UKE und immer, wenn irgendwas über das UKE, immer seh ich nur Uke. Ich auch. Uke hat Probleme, Uke braucht mehr Ärzte oder so. Egal. London. Und dann waren wir in so einem ganz kleinen Stand-Up, das er empfohlen hatte. Irgendein Seller, Comedy-Seller-Ding. Und da waren dann auch so drei Stand-Ups, die ich natürlich nicht kannte und auch wahrscheinlich klein waren, aber die waren trotzdem so lustig, so wie es oft ist. Alle Leute waren extrem betrunken und dadurch haben die alle so eine ... Du konntest gar nicht anders als dich kaputt lachen, weil das dich so getragen hat. Weil dich gehen gelassen hat. Genau, so die Flut ... Was sagst du? Flut hebt alle Boote, ne? So war das. Und das wollte ich nur sagen, je kleiner, desto besser. Ja. Das Main Theme war übrigens von Bill Burr, also er ist sich ja immer bewusst, wo er ist. Er war ja auch schon ein paar Mal in Deutschland und hat dann so gemeint, so ja ... Also hat er immer wieder sich drauf bezogen, war so, dass die Deutschen so korrekt und so smart scientists, also er hat gemeint, wir bauen die besten Autos, wir haben die besten Techniker und so weiter. Und das war so ein Leitmotiv, was er immer wieder, wo er dann, wenn er irgendeine Scheiße erzählt hat, hat er gesagt so, ja, ich weiß, hier im Publikum, jetzt sitzen ihr wieder, ihr sitzt jetzt wieder hier und überlegt, ist das wirklich korrekt, was ich gesagt habe und so. Ich kann das nicht so gut wiedergeben, aber dieses Spiel mit den Klischees, dann hat er auch so, natürlich hat er dann so die deutsche Sprache nachgemacht. That is not right! Und dann hat er so gesagt, I know you guys don't speak like that, but it's, at this point, it's common ground and we just keep it that way, it's funny. Und das find ich so gut, weil er so gesagt hat, weil das ist ja so dieses Klischee, dass wir immer diese Sprache haben und man fühlt sich als Deutscher immer so, naja, es ist ein Klischee, aber es stimmt natürlich nicht. Und er hat das adressiert, dass das ein Klischee ist und das, und dann hat er es trotzdem gemacht und dann war es aber lustig, weil du, er hat dich dadurch auf seine Seite geholt, so, weißt du? Und das find ich, das macht der wie, das macht der in Perfektion. Und vieles davon ist wahrscheinlich auch Schwarzenegger zu verdanken. Ja. Weil ich mein, die können jetzt nicht unterscheiden, ob der aus Österreich oder Deutsch, wie ist das alles ein Brei. Das hat sich auch eingeprägt, das und natürlich der andere, ne? Der andere. Ja, das ist, ja, ja. Aber hey, das hat er geschafft, muss man ihm lassen, dass bis heute über ihn geredet wird. Arnold Schwarzenegger. Nein, lass es ihm, genau, lass ihm die Füße einfach, wen du jetzt gemeint. Nee, aber es war, es war geil und das nächste Mal, machen wir einen schönen Roadtrip, dann gehen wir da noch ins Hotel. Ich hab ja Berlin. Ihr könnt auch bei mir pennen. Ich hab Berlin gesehen und, ähm, zum Er, also nicht zum ersten Mal, aber es war. Hast du gerade gesagt, ich hab Berlin gesehen? Ja, ich hab Berlin gesehen. So im übergeordneten Sinne. Ja, ich bin ja mit dem. Er hat Berlin erlebt, das erste Mal wahrgenommen. Du bist ja schon hundertmal in Berlin. Ja, aber ich hab's, ich wollte ja grad sagen, ich hab irgendwie, normalerweise fahr ich ja mit viel Hass durch Berlin. Oh. Jetzt kommt was anderes. Ja, und dieses Mal, ich weiß nicht, ob der Taxifahrer einen anderen Weg gefahren hat als sonst oder so, dann waren da so lauter kleine Kneipen und Cafés und es war schon ein bisschen dunkel. Nee, war's dunkel? Ja, auf dem Rückweg war's dunkel. Auf jeden Fall hab ich so ein bisschen von diesem Nightlife gesehen und ich hab nicht ganz so viele kaputte Menschen gesehen. Natürlich gab's wieder irgendeinen komischen Fahrradfahrer, der sagt, look at me! Mit nem, weiß ich nicht, Stirnbandtoupet oder irgendwas, Turban. Aber ansonsten hab ich so gedacht so, also das Leben pulsiert anders in Berlin als in Hamburg. Ich mein, Hamburg ist die zweitgrößte Stadt, ist jetzt auch keine kleine Stadt. Aber Berlin ... Lass ich das nochmal hören. Aber Berlin hat ... Oder? Nee, für mich nicht. Aber ich hab mir gedacht, wenn ich jung wäre, wenn ich jung wäre, ne? So, ich hab dann an unsere alte Giga Games Zeit gedacht, wo wir das Poco Loco und das Sub hatten. So, und dann hab ich gedacht so, Berlin ist schon als junger Mensch, wenn du irgendwie ungebunden bist und einfach irgendwie was erleben willst, an jeder Ecke waren kleine Grüppchen und coole, junge, fancy Leute, die irgendwie miteinander abhingen und so. Berlin hatte weltweit die beliebteste Club-Szene. Also von wegen Ibiza oder sowas. Berlin ist der Shit. Also ich glaub, unabhängig von jungen Leuten oder nicht, auf jeden Fall die, die halt Hardcore-Party machen oder auch gerne einfach bumsen wollen. Denn so, Berlin ist einfach brummt wie nix anderes. Es gibt auch nichts Vergleichbares. Nee, geht so. Berlin ist wirklich krass. Und ich bin ja jetzt neulich auch wieder da zum 70. Geburtstag. Nicht im Club in Berlin. In Berlin, ja. Aber ich kenn schon ... 70. Geburtstag von der 70 ist Berlin schon 70. Aber das ist einfach krass. Also es ist ... Da kann man richtig gut Party machen. Egal. Moment, aber du warst am 70. Geburtstag und da wurde gebumst? Nein! Nein. Ja, aber du hast ... Erst sagst du, das ist die Hauptstadt des Bumsens. Und dann sagst du ... Gehe ich von aus. Also habt ihr Fragen. Ich kann gerne was erzählen. Ja, bitte. Du als Berliner. Also, ja. Tell us, Ron. Tell us, Ron. Seit Jahren nerv ich meine Freundin, dass ich gerne mal auf so ne King-Party gehen will. Auf ne was? King. Auf so ne King-Party. King. Diese typischen Berliner King-Partys. Ich weiß nur, dass die im KitKat-Club stattfinden und in anderen Clubs. Ich weiß nicht mal, wie die Clubs heißen, aber es gibt einige davon. Und dann endlich gab's irgendeine Party, wo sie meinte, ja, okay, komm, da geh ich mit. So nach dem Moment, dass ich endlich in die Ruhe geh. Und dann stehen wir da und natürlich, und das ist, weiß ich, von einem anderen Besuch, wo von mir erwartet wurde, dass ich eine Lederhose kauf, damit ich da reinkomme. Und ich meinte, was? Nee, ich bin wieder rausgegangen. Aber du meinst so Latex? Lass mich kurz die ganze Geschichte erst mal erzählen. Das war vor Jahren. Und dieses Mal dachte ich mir, nee, ich werd jetzt definitiv nichts kaufen, nur um in diesen scheiß King-Club reinzukommen, der im Übrigen nur ein extra Bereich ist in einem größeren Club. Also manche gehen in den Club, andere gehen in den Club-Club. Und ich hab mir nur fein angezogen, fucking Anzug angezogen und mir dachte, ja komm, mehr kann ich nicht machen. Was soll ich denn jetzt machen? Und dann guck ich mich um und überall halbnackte Menschen, Netze überall, an Mann, an Frau, ist egal, Latex, Leder, jeder hat sich irgendeinen scheiß King überlegt. Soldaten, also weißt du, egal was, hauptsache nicht normal. Und dann der Türsteher, guck mich schon an, nee, das geht gar nicht. Und ich hatte ja meine Frau dabei und zum Glück hat er sie dann aber gesehen und meinte, ja, okay, komm einfach, komm, heute darfst du mal rein, aber nächstes Mal musst du dir was anderes anziehen. Wie ging's weiter? Ja. Und dann gehen wir rein, rein, rein und ich dachte schon, okay, safe, alles cool. Und ich guck schon überall, Leute halbnackt, dachte ich, ja. Und dann gehen wir weiter, weiter, weiter und dann ist die nächste Kontrolle, steht eine sehr attraktive Frau, die mich anguckt und sagt, nee. Und dann wollte ich mit dir diskutieren, weil ich mein, ja, aber der andere hat dann gerade, ja, aber ich sag, nee. Und dann geht jemand an mir vorbei, hey, Game One. Oh mein Gott. Und der Typ sah aus wie ein Lappen, also ich mein, klamottentechnisch, der hatte ein T-Shirt an und eine Hose und ging so an mir vorbei, da rein, wo ich davor stand und nicht reinkam. Und dann sind wir heimgegangen. Aber Moment, wurde jetzt ... Nach Hause gegangen? Innerhalb dieses ... Wurde da gebumst? Ähm, naja, ich nehm an, das sind so ... Da kannst du auch bumsen, aber es geht eher darum ... In einer Aura wiederum zu sein, das Möglichen. Die Aura. Die Flut hebt alle Bote. Nein, also du gehst nicht rein und dann springen dich direkt aus drei Richtungen, hast du so Kletten an dir, sondern, ähm, das ist alles wohl sehr ... Ich war ja noch nie da, deswegen will ich ja hin, aber ich sage, das ist alles sehr, ähm, respektvoll. Das ist das Wort. Wenn du da Scheiße baust oder irgendwas Respektloses machst, ich sag mal irgendjemandem auf den Hintern grapschen, ohne dass das okay ist, bist du halt raus, dann kommst du wahrscheinlich auch nicht mehr rein. Ja, das ist schon klar, dass da Konsent sein muss, aber ich zum Beispiel bei unserer Dosenbeats-Party jetzt, äh, auf der Gamescore war ja gegenüber auch so ne Kink-Veranstaltung. Ach, wirklich? Ja, ja, direkt gegenüber. Die standen, da war so ein Gitter, da hast du wirklich aufgepasst, da waren, wenn du draußen standst, da war so ein Gitter, also hier diese Raumtrenner, wie heißen die, Wellenbrecher oder so, ähm, und das, da war deren, äh, Außenbereich sozusagen. Da hätten wir doch einfach nur das Trennen, also die Trennung aufheben müssen. Ja, das haben wir auch diesen Gag mehrfach auch gemacht und, äh, da, da standen die rum und, äh, das war total abgefahren, das einfach nur zu beobachten, äh, wie, wie, was da so, aber das ist ja dann selbstverständlich und wenn du in diesem Club bist, ist ja das außergewöhnliche Selbstverständlichkeit und die haben sich dann auch wirklich teilweise, also in diese Pfosten von diesen Wellenbrechern so, so reingedrückt mit, mit ihren, da offensichtlich am ehesten passenden Körperteilen, ähm, und haben da auch, die waren sehr freizügig einfach. Aber ich stell mir das halt komisch vor, wenn du da anstehst für den Club, also du bist in dieser Schlange vorm Türsteher und in dieser Schlange ist allen bewusst, da drinnen wird jetzt gleich gefummelt und gebummt. Ja. Und du stehst dann vor jemandem in der Schlange und du denkst dir schon so, wir kennen uns nicht, aber da drinnen, gleich, bumsen wir gleich? Also, dieses Selbstverständnis, was in dieser Schlange herrscht, bevor man reingeht, find ich irgendwie faszinierend, weil sich alle so, weil es so ein ungeschriebenes Gesetz ist, dass da so eine gewisse, es kann passieren. Aber dreht sich, also welcher, welchen Prozentteil nimmt das Bumsen denn wirklich ein? Ja, das frag ich mich. Also, ich denk, es ist ja auch eher ein Hedonismus, so einfach mal freizügig und nackt zu sein. Das weiß ich ja, aber in meinem Kopf wird da richtig krass viel gebummert. Also, in meinem Kopf gehen die auch nur hin, um das Bumsen. Manche auch, manche müssen, denk ich. Das ist ja auch noch Musik und Tanz und Alkohol und Party und Gleichgesinnte. Es gibt nur einen Weg, das wirklich rauszufinden, Leute. Ja, ich weiß. Wir müssen da rein. Ich weiß. Ich hab so viel, ich muss dazu sagen, ich hab ja mehrere Freunde, die alle schon, also auch schlimmere Sachen, sag ich mal, wo wirklich nur Swinger-Club ist, wo nicht Leute tanzen oder so. Und die erzählen mir halt immer Geschichten, absurde und lustige und so. Ich hab alles Mögliche schon gehört. Und ich denk mir so, ey, jetzt, ich will einmal wissen, bevor ich da gar nicht mehr reinkomme, wie das da so ist. Ich will das einmal sehen. Aber dann kann es vielleicht jemand hier mal schreiben. Jemand, der das jetzt sieht. Vielleicht ist ein Clubbetreiber aus Berlin, Hamburg, der so einen King-Club hat. Wir wären bereit, auch Lederhosen anzuziehen. Aber warte ganz kurz, was für Lederhosen? Nee, keine bayerischen. Nicht diese ... Nee, so schwarze, lange, so ... Nee, ich bin nicht bereit, Lederhose. Sorry. Aber nee, bei der Hose hört's auf. Ich zieh von mir aus irgendwie, weiß ich nicht, mach Bodypainting mit mir. Ist mir egal. Aber nee. Also nee, Lederhose, sorry. Oder? Würdet ihr Lederhose anziehen? Ich such mal was raus. Such mal Lederhose raus. Ich hab was anderes vorbereitet. Ja, ich kann das ja ... Das kannst du jetzt nicht, nein. Okay. Das hab ich vorbereitet. Das ist mein nächstes Thema. Aber das kann man doch drinnen lassen. Du willst eine Lederhose suchen? Ja gut, wenn du meinst, dann such ... Dann ist ja okay. Naja, es geht mir ja nur so um ... Ich mein, Leder ist vielleicht auch eher Latex als Leder. Was ist eigentlich mit dieser ... Warum wird diese ganze King-Szene und das Deutsche ... Also die deutsche King-Szene, sag ich jetzt mal. Warum wird die immer mit diesem Sadomaso, SM, Latex und Leder ... Das ist doch Bullshit. Es gibt doch wirklich nur ... Du könntest so viel mehr machen aus dem Thema, als immer nur diese zwei Stoffe und dann noch Netzhemden. Oder geil sind auch diese Gürtler. Die Gürtler? Ja, diese sich so drei Gürtel und dann ist es quasi ein Oberteil. Ey, ich hab da so viele von gesehen. Sorry, nee, ist das kein ... Mein Hund hat so ein Ding. Das ist wirklich ... Wenn er mir auf den Sack geht, dann mach ich ihm das rum, weil dann hat man ihn besser an der Leine als nur am Hals. Meinst du diese Riemen, wo immer so Metallringe sind, an denen die Riemen befestigt sind? Wahrscheinlich schon. Und das haben die dann immer hier. Simon, ich hab was für dich. Guck mal. Wie ein Rucksack ohne Rucksack. Was hältst du hier von? Tut mir leid, aber ich find's blöd. Ja, das geht noch. Das würde ich anziehen. Ja, siehst du? Ja, aber das ist ja Latex. Ponsert. Ja, ist doch egal. Es geht ja nur darum, dass wir in den Club reinkommen. Hier ist was für Nieders. Okay, komm, ich so ... Ey, das würde ich sogar alles noch anziehen. Das sieht zwar dumm aus, aber was soll's. Aber warum kann ich nicht einfach normal sein? Hier, das mach ich. Nee, das ... Also bist du das nicht sogar? Bin ich, glaub ich, sogar. Ich glaub, du bist sogar. Aber ist doch ganz geil. Ey, ich weiß nicht. Aber da schwitzt du dich doch tot, ey. Das ist nämlich das Eklige. Und was sich da ... Der Sud ... Wenn du so ein Ding hast, so ein Onesie mit integrierten Stiefeln hast, steigst du am Ende aus so einem kleinen Swingpool raus. Vielleicht ist das der insgeheime Kick. Wir kennen das aus unseren Verkleidungen. Leute, die es jetzt draußen ... Wir haben uns schon so oft verkleiden müssen. Wir hatten schon so oft so ähnlichen Kram an. Selbst diese Latex-Sachen hatten wir an. Das hältst du nicht lange aus. Das willst du ausziehen und darum geht's wahrscheinlich. Aber guck mal, hier. Fällt dir was an der Hose auf? Hier rechts der Reißverschluss. Der ... Hier. Mhm. Der Reißverschluss ist natürlich ... Du meinst ... Ich glaube, der ist ... Nee, ich glaub, du guckst falsch. Ist der nicht in aller Regel immer da? Also du denkst jetzt wahrscheinlich, okay, man kann ihn relativ schnell aufmachen und dann benutzen, was dahinter ist. Du hast recht, da ist natürlich immer ... Aber er ist ... Ich hätt gern so eine App. Also so Hose auf, Hose zu. Hose auf, Hose zu. Einfach, es muss schneller gehen. Dann ist der Akku alle. Dann kannst du dich nicht mehr aufmachen und so machen. Das ist nicht schade. Ja, nicht für mich, sondern für solche Momente brauchst du halt so eine App, finde ich. Hose-App. Wie sind wir nochmal auf Kinky gekommen? Simon hat erzählt, dass er ... Berlin, 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 stimmt. Okay, ich kann ein anderes Thema, aber das ist doch gut. Das ist gut für den Algo, wenn wir so ein Thema haben. Ich hab noch was für dich, Ede. Ja, okay. Nee, es ist nicht gut für den Algo, tatsächlich. Richtig? Was ist das? Hab ich in London gekauft, den anderen hab ich ihr es schon geschenkt. Du hast Geschenke? Das find ich so toll, dass du Geschenke machst. Das ist fantastisch. Ja, ne? Ich dachte mir, ich liebe das. Das ist so ein bisschen wie was Nostarafu hier auf der Gamescom dir geschenkt hat. Dieses kleine Schatulle mit was Pisse oder so. Ja, ein Koffer voll Pisse. Ach, war der wieder da, oder was? Ja, natürlich war er da. Wir haben mir so einen kleinen 3D-Koffer geschenkt. Der hat eine ganze Entourage-Buch. Ach, noch eins? Guck mal. Was, noch mehr? Ach, das ist meins wahrscheinlich, ne? Ja, das ist aber mir. Look at this. Du hast mir auch mal so eine Figur geschenkt. Ich hab die immer noch. So einen viereckigen, depressiv guckenden, das ist so einen viereckigen Kopf hat der. Mundwinkel nach unten, komplett grau, hat nur noch Füße und so hängende Arme. Hat das nicht einen Spiegel? Ja, so ein kleiner, noch ein Foto von dir aus der Kindheit. Du schaust, oder mal dieses Gurken, ich weiß nicht, du hast mal so Bilder uns geschenkt. Nee, das war es nicht, das war, das war mit so Gurkenmännchen. Sorry, aber das war Budi, das find ich jetzt echt daneben, dass du das verwechselst. Warst du, dass er das geschenkt hat? Die hängen jetzt im Flur bei uns, in der 15. Das sind so schöne, wie man die anderen sieht. So, so seh ich dich. Ich weiß sogar noch, warst du nicht, also du warst, glaub ich, dieser, warte mal, du warst dieser Kaugummi-Ball-Automat, oder Budi? Weißt du noch, wer von uns was war? Nee, nee, ich war einer, der so geraucht hat. Ich hatte so eine Zigarette. Das war so ein großer Weißer mit ganz vielen Ideen drüber, aber guckst du. Ach, das wie, ja, stimmt mit der schlechten Laune. Genau. Aber du hattest noch was, was du nicht wolltest, was ich wegmache. Also Nils und ich, ich möchte dich mit reinnehmen, weil du hast eine gewisse Glaubwürdigkeit, an der ich mich gerne reiben würde. Mhm. Und ich weiß, dass du auch ein bisschen Alien-Fan bist, deswegen ist das nicht nur mein Thema, sondern auch vom smarten, intelligenten, bodenständigen Nils, der alles immer richtig formuliert und euch die Welt erklärt. Können wir uns nochmal über das Bumsen unterhalten vielleicht? Oder ist das auch ein Kling? So, ich mach ja nix. Aber wo hast du, hast du nicht gerade gesagt, dass du, dass du das einen Tab aufgemacht hast? Ich hab ein neues Tab, aber ich weiß aber nicht, was für ein Programm du vorher benutzt hast. Ah, okay. Geht das, darf ich schon mal fragen, ich glaub, ich weiß, worum es geht, ne? Ja, klar. Geht's um diese mexikanischen Mumien? Ja, genau. Es ist einfach, lass mich doch bitte kurz. Du lass mich doch bitte kurz. Ey, es geht nicht, es ist zu spät. Nee, ich krieg's jetzt nicht mehr. Komm, nein! Gib's mir. Nee, du hast, es war auf Twitter, ne? Und du hast es, glaub ich, zugemacht. Kann das sein? Während er sucht, ne? Naja. Während er sucht, Twitter. Ganz, ganz kurz. Wir waren ja vorhin bei Boomer Cringe. Nutz die Zeit und du suchst es raus. Ich verweigere mich und ich fühl mich auch ein bisschen Boomer Cringe-ig, aber ich verweigere mich, Twitter X zu nennen. Und ich denke immer so, ey ... Der kann sich das kaufen und der kann das Office umgestalten und den Yoga-Raum schließen für die Mitarbeitenden und so. Alles cool. Aber wenn wir als Nutzer uns weigern, das X zu nennen, kann er nix machen. Ich nenn's weiter Twitter. Ich bin Boomer. Ich stell mich da nicht um, weil ich seh jetzt mittlerweile immer so in irgendwelchen Artikeln steht dann da, hat der auf X gesagt, Klammer auf, vormals Twitter, Klammer zu. Und ich denke, nee, die nennen sich X. Ich mach das nicht mit. Was ist, wenn Indien jetzt zum Beispiel ihren Namen ändert? Wer? Indien, das Land Indien. Ja und, das ist ja okay. Ja. Wollen die nicht sogar? Ja, ja. Und es wollen noch ein paar andere Länder, wollen ihren Namen quasi in ihre Sprache ändern. Was ja irgendwie auch sinnvoll ist. Boah. Irgendwie schon, ne? Aber heißt das dann, dass Germany auch nicht mehr Germany heißt, also woanders, sondern alle müssen dann Deutschland sagen auch? Weiß ich nicht. Weil es ja oft die Aussprache, die ein Problem ist, ne? Ja, das wird ja nicht passieren. Ja, weil ich glaub ich nicht, das würde ja auch bedeuten, dass die Leute dich dann Simon nennen und nicht Simon. Und so, das ist ja ... Ich mein ja auf der internationalen Bühne. Die Leute ... Ja, aber du willst nämlich Simon ... Stimmt, da hast du recht. Oder Michael, Michael. Oder so. Niles. Du wolltest jetzt, also du bleibst bei Twitter, hast du gesagt. Ja, aber wie ist es, verweigert ... Also geht ihr da mit? Du deadnamest X. Ja, weil ich das nicht einsehe, weil es albern ist. Ich will es nicht. Aber schau mal. Mein Twitter-Profil ist älter als das von Elon Musk. Der kann sich das nicht einfach kaufen. Okay, das ist ein gutes Argument, finde ich ja. Eigentlich jeder, der ein älteres Profil hat als Elon, sollte eigentlich irgendwie eine Hoheit sein, eine Instanz gegenüber ihm. Aber Meta ist ein gutes Beispiel. Ja, aber das nutzt ja nun keiner mehr. Ja, okay, aber der sagt ... Okay, die Leute sagen auch noch Facebook, aber es sagen mittlerweile auch viele Meta. Man macht sich da gar keinen Kopf mehr. Und es ist genau dasselbe. Aber ist Meta nicht der Dachverband und Facebook ist ein Produkt aus dem Hause Meta? Ja. Ja, ich krieg hier langsam ... Ist doch ... Ede, soll ich's machen? Ja, ich werd's einfach neu suchen. Ist doch okay. Ich hatte mich nur halt gerade angemeldet und alles ... Ich ... Okay, mir ist ... Ich find's auch Quatsch irgendwie, das jetzt X zu nennen, aber auch ... Ich nutze es einfach weiter und vermeide einfach die Aussprache der Plattform. Also, ich vermeide einfach ... Ja, aber das ist ja auch nicht ... Das ist irgendwie auch nicht so ... Ja, wieso? Ich bin jetzt auf deinem Twitter-Profil von 2017 gelandet und ich weiß nicht, warum. Das würd ich aber auch ... Von 2017? Ja. Wir haben auch ein paar ganz gute ... Das ist ja lustig. Du bist wirklich auf einer alten Version vom Watt zum Teufel. Ich weiß, ich hab Twitter BIMON und dann kommst du ... Ist das überhaupt dein Account, BIMON? Eigentlich ist es der. Hast du den gelöscht vielleicht? Alte ... Alte Posts angezeigt? Ja. Ah, das ist X, ne? Ey, das kann aber sein, dass das wieder so ein Twitter-X oder was auch immer so ein Bug ist, ne? Die haben ja in letzter Zeit häufiger Bugs. Also, das ist irgendwie nicht das ... Ich hab's nicht. Aber das find ich sehr interessant. Ich versteh's. Ich wüsste nicht mal, wie das jetzt ... Wie hast du das geschafft? Ich hab einfach Twitter ... Oh Gott. Ey, aber ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Checkt eure Handys. Welches Jahr haben wir? Alter, ist es jetzt 2017 ... Ey, Rudi Völler ist ... Nationaltrainer ... Ja, aber nicht in 2017. Ne, andere Richtung. 2017. Das war 2017. Stellt euch das vor. Wir sind gerade ins Jahr 2017 gereist. Das ist der Moment, wo es uns bewusst wird. Oh, da haben wir den Deutschen Fernsehpreis gewonnen. Ja, Glückwunsch euch. Aber ... Stark, cool. Okay, wir sind jetzt zurück im Jahr 2017. Was machst du als erstes? Das hat sich Glückwunsch. Glückwunsch. Das ist unglaublich, wie das eure Karrieren angeschoben hat. Ja, pfiui. Wahnsinn. Das war das Geräusch. Da war schon vorbei. Gerade im Fernsehen, muss man sagen, sind wir richtig durchgestattet nach dem Preis. Aber das Fernsehen ja auch. Ja. Das Fernsehen ist auch richtig steig gegangen. Wie war die Frage nochmal? Ja, es ist uns ja gerade bewusst geworden, dass wir ... Wir sind jetzt aus Versehen durch irgendeine temporale Anomalie, die du ausgelöst hast, ins Jahr 2017 zurückgeschleudert worden. Und das haben wir ja gerade gesehen durch das Profil. Ja. Was macht ihr als erstes? Ihr kommt jetzt nach Hause? Geht ihr nach Hause zu euren Partnerinnen? Nee, ich bin gerade mittendrin in Dark Souls 3. Ja? Ist geil. Aber du weißt ja alles schon jetzt. Wieso? Ja, das Spiel ist ja schon durchgespielt. Mehrfach. Hä? Ich denke, es ist wieder 2017. Ja, aber du bist doch immer noch ... Du hast doch dein Wissen noch. Das ist doch das Interessante daran. Ach so. Also ich glaube, ich würde auf jeden Fall ... Jetzt würde ich tatsächlich überlegen, du vielleicht dann doch mal so einen oder anderen Bitcoin zu holen. Das würde ich vielleicht nochmal machen. Ja, 2017 ist ein guter Zeitpunkt. Ja, ne? Auf jeden Fall. Glaube ich, ne? Das war richtig ungefähr so, ne? Ja. Dann ... Was würden wir nochmal machen? Ey, 2017, das ist ... Was ist denn da ... Ich überlege gerade, was alles passiert ist dazwischen. Sehr viel. Ich würde vielleicht Masken produzieren. In weiser Voraussicht. Da musst du natürlich noch ein paar Jahre warten. Da gibt's wahrscheinlich ... Ich würde auf jeden Fall ... Würde ich in Webcam und so in Kommunikationsdinger investieren. Das würde ich tun. In Kommunikationsdinger. Ja, also so ... Aufhören auf Twitch zu streamen. Ich würde mir die URL x.com sichern. Smart und löschen. Ich glaub, die hatte sogar schon jemand anders. Ja, er selbst. War's wirklich ehrlich? Der wollte doch PayPal schon unbedingt. Egal. Wieso landen wir immer wieder bei x.com? Ja, ja, bei x.com gehört tatsächlich jemand anderes. Immer bei KI, Elon Musk. Vielleicht hat er's auch gekauft mittlerweile. Nee, wir wollten eigentlich ja ... Aber du hast ja leider das halt echt jetzt gelöscht. Ich find das jetzt nicht ... Hast du Simons Twitter-Feed gelöscht vielleicht? Nee, aber halt ... Ich hatte das ja vorbereitet, aber ... Ich hab einfach nur einen Browser aufgemacht. Ja, aber das geht bei diesem scheiß Tablet nicht. Das ist irgendwie ... Ist das alles komisch. Na toll. Aber während du das machst ... Ich kann ja mal sagen, worauf du noch solltest. Ich weiß ja, worauf du noch solltest. Ja, erzähl doch mal bitte und ich such währenddessen mal. Es gab's ... Also jetzt von der Nacht auf Mittwoch, also Dienstag auf Mittwoch. Mexiko ist ja ein paar Stunden zurück. Da hab ich so eine Art Konferenz, Kongress. So ähnlich wie diese Geschichte mit David Grush, der vor dem amerikanischen Senat ... Das ist ja Whistleblower. Da waren mehrere, nicht nur er. Und da war dann so eine Veranstaltung in Mexiko. Okay, ich hab's übrigens. Und ich hab's nur dann ... Ich hab's dann morgens gesehen auf dem Klo. Wie man halt so browsed auf dem Klo. Und die haben dort halt bei dieser ... Bei dieser Sitzung, bei dieser Anhörung, haben die dann halt irgendwann so Särge reingerollt, wo dann angeblich tausend Jahre alte außerirdische Mumien drin lagen. Die sie konserviert haben. Ganz kurz. Nicht sie selbst. Ah ja, klar. Wenn du fertig bist, übernimm. Nein, nein, du kannst gern reden. Ich wollte nur sagen, dass ich die Bilder hab. Das mein ich nur. Ja, zeig. Ja, da sind sie. Also das sind die ... Ach, der Beweis. Na, warte doch mal ab. Was die gemacht haben, ist, die haben die über ... Also es ist so, die haben die über viele ... Was haben die gesagt? Wochen oder Monate auf jeden Fall über einige Zeit analysiert und gescannt und alles. Und haben dann auch so DNA-Analysen gemacht und haben diese ganzen Funde jetzt öffentlich gemacht. Ach, das heißt, du kannst dir auch diesen ganzen Kram online angucken. Da steht dann auch, und das ist interessant, äh, 70 Prozent der DNA ist, äh, hier, äh, Human oder wie heißt das, ähm, Homo sapiens. Und, ähm, ja, das ist dann natürlich okay. Und die restlichen 30 Prozent können sie nicht sagen. Aber das kann auch daran liegen, dass der Kram so alt ist. Das nur so als, als Wissen. Ähm, aber eine Banane teilt sich auch 60 Prozent der DNA mit den Menschen. Nur mal so, um Relation zu schaffen. Banana for scale. Also es ist halt in dem Fall wirklich so. Banana for scale. Ich will das nur sagen, weil Leute denken, ja, okay, dann ist eindeutig Mensch. Es ist weder das eine noch andere eindeutig. Die sagen, es ist nicht Mensch. Aber nobody fucking knows. Ich bin heute aufgewacht, hab das gesehen, guck den Livestream, seh, wie die diese Kisten machen und original aufmachen. Und dann liegen da diese Dinger drin und denkst du, what? Und es ist einfach so crazy, wenn du dir das ... Ich weiß, keiner ... Alle belächeln mich schon den ganzen Morgen. Aber als jemand, der so viel Fantasie hat wie ich und so viel Spaß daran, äh, das ist gerade ne ... Das ist die Fundgrube meines Lebens. Und das Interessante find ich nicht nur hier oben, die Rippen. Alles ist komisch daran. Aber auch, was sind diese drei Dinger? Jemand hat gesagt, äh, Folienkartoffeln. Und das könnt ich glauben. Ja, oder vielleicht tatsächlich ist das das Geheimnis. Und das muss so schnell runtergeschluckt werden, damit das andere nicht finden oder so was. Das ist einfach so, das sind die drei ... Das sind alles geschorten. Das sind einfach Koks-Dealer, das ist doch völlig klar. Die haben einfach Koks in so Päckchen runtergeschluckt und ... Oder drei Raumschiffe, damit die anderen das nicht finden. Wie alt sollen die denn sein? Tausend Jahre. Tausend Jahre. Genau tausend. Also z.B. Genau tausend. Und wer sind die? Also wer hat diese ... Die haben Jubiläum, deswegen haben die jetzt öffentlich gemacht. Aber nee, aber wer sind die? Du meintest, die haben das gemacht? Nein, nein, es gibt ein, zwei Forscher, die auch, wo ich nicht sicher bin, wie valide die sind. Aber das war eine Anhörung schon bei den ... Beim mexikanischen Parlament oder so. Plus, die werden jetzt in Zukunft gezwungen, hab ich gerade gelesen, dass sie das alles noch mal unter Eid aussagen müssen. Um klarzumachen, wenn die lügen, kommen sie in den Knast. Ja, nicht zu überwechseln mit unter Eid aussagen, das mussten die auch so rischen. Dafür hab ich dich ... Dich hab ich vermisst. Genau dafür. Ja, aber ich hab das natürlich auch heute Morgen dann gesehen, auf Klo. Und erst mal denkt man, oh geil. Aber da ist wohl auch so ein ... Also das kann man, glaub ich, schon auch damit rechnen, dass es auch debunkt wird, insbesondere weil da auch Typen mit dranhängen, die schon mal so Quatsch dieser Art gemacht haben, was sich hinterher dann als Nonsens herausgestellt hat. Aber der Grund, weshalb mich das interessiert, ist nicht, weil ich jetzt voll dran glaube oder so. Aber ich guck das genauso, wie man ... Für mich ist es ein bisschen eher so wie Blair Witch. Ich glaub, ich hab das wahrscheinlich schon mal genauso erzählt. Wisst ihr noch, als Blair Witch rauskam und die haben diese Kampagne gefahren? Und die einzig und allein dem Spektiv, dass so diese Immersion noch erhöht wird, dass man dachte, okay, man geht ins Kino. Und je mehr man sich so die Möglichkeit eröffnet, ey, das könnte ja wirklich wahr sein, desto mehr hat dieser Film ja gewirkt. Der lebt ja davon. Weil handwerklich ist es ja Quatsch. Es lebt ja einzig und allein von dem Gedanken, was wäre, wenn das wirklich echt ist. Und so ähnlich funktionieren für mich diese Alien-Geschichten, dass ich mich dann zu einem großen Teil auch aus Entertainment-Gründen darauf einlasse und für mich die Möglichkeit offen lasse, okay, was wäre, wenn das wirklich so ist. Und das heißt für mich nicht, dass ich jetzt rumgehe und sage, ey, Leute, wacht auf, das ist alles so. Ich geh da mit einer sehr großen Portion Skepsis ran, aber ich lese da sehr gerne, gucke mir das sehr gerne an, was da alles bei rauskommt. Und wer weiß, vielleicht sind dann wirklich Teile davon am Ende wahr. Das kann ich genauso wenig wie jeder andere ausschließen, weil es ist sehr leicht, dann Leuten, die dafür zu begeistern sind oder vielleicht sogar fest der Überzeugung sind, dass das stimmt, sehr leicht, die sozusagen als Schwurbler abzustempeln. Und das ist einfach. Auf der anderen Seite kannst du ja aber auch dann die Leute fragen, ja, aber okay, was sind denn deine Beweise sozusagen, dass es alles nicht stimmt? Und am Ende kann es keiner. Das heißt ja nicht umsonst, I want to believe. Genau. Und bei mir ist es halt so zum Beispiel, dass ich regelmäßig Kinderblut trinke, weil ich gehört habe, du bist auch schon tausend Jahre alt. Ach, wegen dem Adrenochrom, ja. Genau, weil ich gehört habe, dass, ich meine, ich sehe ja nicht aus, wie die enttürzt. Man sieht, kommt nicht von nirgendwo her. Woran liegt's? Kinderblut. Ich habe mich bislang da nicht zu geäußert, aber da ist natürlich eine Menge dran. Nicole Kidman, und ich trinke... Kidman. Kidman heißt auch nicht umsonst so. Alter. Wir trinken wirklich das Gleiche. Direkt vor unserer Nase war das. Es war immer direkt da. Und ich würde das auch, ich sehe es auch mit Skepsis, aber... Mit Skepsis. Haben die schon mal einen Sechsjährigen getrunken? Nee. Aber deswegen fragen die Lehrer in der Schule auch immer, weshalb deine Söhne so blass sind wahrscheinlich. Das ist wie bei Waldo, das Gate der Vampir. Ich sauge genau so viel, dass du mir bewegen kannst. Apropos blass. Kurz da, um das abzuschließen, nur diese letzten drei Bilder, die auch mich so begeistert haben. Und ich muss immer sagen, ich finde immer so, die Amis hatten ihre UAPs, ihre Hearings, wo dann irgendwie Leute sitzen und sagen, ich kann nicht wirklich was dazu sagen. Und die bringen längstens ein paar Kisten mit. Die haben wenigstens irgendwas. Das weiß ich zu würdigen, das weiß ich zu schätzen. Aber die sind ja ganz... Smash-like. Also das ist auf jeden Fall super weird, wie die aussehen. Es passt auch nicht wirklich zu dem, was bisher teilweise über... Ups. Was über Aliens so gesagt wurde. Aber ich finde das Thema so wie du. Ich bin nur noch bereit, einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, naja, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass einiges davon stimmt. Aber vielleicht... Also diese NHI-Sachen, also so die Alien-Autopsien und diesen Sachen, da weiß ich auch nicht. Das finde ich einfach nur mega spannend. Das ist übrigens die Schöne von Döhler. Ich nach einem Zug an der von dir angebotenen, sehr milden Sportzigarette. Das sieht doch nicht so aus, wie die Nils im Töpferunterricht. Versuch mal irgendwie... Hat schon ein bisschen was von E.T. tatsächlich. Aber es gibt ja angeblich dieses Zitat auch, als Ronald Reagan den E.T. gesehen hat, den Film, das er zu Steven Spielberg gesagt haben soll. You got it right. Es gibt sogar... Ja, das gibt es und es gibt das Gerücht bei Carpenter, dass die Leben und das Ding auch beide auf Informationen beruhen, die ihm jemand aus der Region gesteckt hat. Ich sag ja nur, das sind die... Was heißt Gerüchte? Das sind die Legenden. So ist es besser. Und ich find das geil, sowas zu wissen. Aber ich find's ein bisschen gröbel, dass wir eher glauben, dass sie leben auf einer wahren Begebenheit basiert als Rambo. Also Rambo 3. Naja. Wollt ihr mir erzählen, ein Mann alleine kann Afghanistan nicht besiegen? Ein Mann alleine kann Afghanistan nicht besiegen? Wieso hat Bush doch geschafft? Ich hab mal eine andere Frage. Diese kleinen, also geht man davon aus, dass die quasi, also so wie Homo, du hast ja gesagt Homo Sapiens, es gab ja früher die Neandertaler und so weiter, die hatten ja auch andere Kopfformen und Körperhaltung und das hat sich alles so im Laufe der Evolution verändert. Also dass die schon immer vielleicht eine Variante des Menschen waren, der hier irgendwann vor tausenden von Jahren mal gelebt haben. oder dass das Visitors from Outer Space sind, also die von irgendeinem anderen Planeten gekommen sind und so diese Alien-Theorie, wie heißt dieser Alien-Film, wo man, welcher ist das? Der Covenant? Nicht Covenant, der davor, egal. Wo die Aliens quasi vor 30.000, vor Jahren quasi auf die Erde gekommen sind, in die Flüsse, ins Wasser. Prometheus. Sozusagen die Essenz des Menschen ins Wasser geschüttet haben und dann sich wieder verpisst haben, um uns sozusagen ... Sowas kann ich mir wirklich gut vorstellen. Planet Zoo heißt, glaub ich, die Theorie, die das Ganze umfasst. Ja, es würde mich interessieren, ist das einfach nur eine andere Form von Neandertaler oder reden wir hier wirklich von interplanetaren Existenzen? Existenz. Ich würd's von denen jetzt wirklich nicht abhängig machen. Das ist jetzt irgendein Kram, wo man gucken muss, was es eigentlich ist, aber ... Weil das, ey, ich frag mich, was wäre so enttäuschend, wenn es einfach nur ... Dass wir halt überwacht werden oder beobachtet werden, so wie andere halt im Zoo, ne? Weil ich hätte immer ... Ich hab ja auch so ein Fable für Space und Weltraum und so ein Kram. Aber was ich halt mega enttäuschend fände, wenn Aliens quasi einfach nur ... Wie im Meer. Da leben ja auch Tausende von Spezies, die wir noch gar nicht kennen oder so. Wenn es einfach nur irgendein unentdecktes Lebewesen ist, was hier schon immer war. Ich will, in meiner Fantasy will ich halt schon, dass die irgendwie durch Nano-Quantentechnologie von anderen Ecken des Weltraums gekommen sind, um uns zu besuchen. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, dass das erst mal gar nicht so ein Riesenunterschied ist. Weil, äh ... Also erst mal die ... Das ist doch ein Riesenunterschied. Nein, aber ... Also, wißt du, erst mal ... Die Tatsache ... Stell dir mal vor, es wäre wirklich so. Das ist ja für den ... Und für den Mensch so überwältigend und überfordernd, sich mit einer solchen Realitätsveränderung überhaupt mal auseinanderzusetzen. Ich glaube, dass wir ... Erst mal uns komplett damit schwer tun, so eine Veränderung der Wahrheit, von der wir immer geglaubt haben, dass sie so ist, klarzukommen. Ich glaube, das ist schon mal die erste Hürde. Das ist so verändernd. Aber das ist auch spannend. Also, das ist ja das Spannende. Ich will ja kein Alien, das kommt und sagt, ey, gehen wir noch zu Five Guys. Ach, das kennt ihr auch? Ich glaube nicht, dass ... Bei denen hast du ja nicht Three Guys oder so. Nehmen wir mal an, also, nehmen wir mal an, nur eine ... Wie gesagt, jetzt nicht, genau, nur das Gedankenspiel. Es geht gar nicht darum, dass ich jetzt sage, ey, das stimmt und whatever. Überhaupt nicht. Ich find's halt einfach nur spannend, die Idee mal zuzulassen, was wäre eigentlich, wenn ... Es kann ja genauso gut sein, dass einfach grad Millionen von Leuten in irgendeinem Hoax aufgesessen sind und wir dabei zusehen, wie eine Religion entsteht. Weißt du, die Alien-Religion, wo auch alle Leute, super viele Leute davon überzeugt sind, und ja, genau so ist das. Und das ist am Ende alles völliger Quatsch. Aber da gibt's schon Scientology. Ja. Also, die sind schon das leider. Aber ich meine nur, es ist so oder so. Jede andere Religion. Das ist ja das Geringste, wo du sagst, okay, selbst wenn das alles fake ist, aber allein das ist ja Realität, dass du den Menschen dabei zusiehst, wie sie eine Religion gründen sozusagen und irgendeine Theorie glauben, die vielleicht einfach kompletter Quatsch ist. Das ist ja das Mindeste, was existiert. Aber nehmen wir mal an, das ist trotzdem mehr. Und man muss sich damit auseinandersetzen. Ey, es gibt hier irgendwie ... Es gibt irgendeine Intelligenz auf unserem Planeten, die uns überlegen ist und die schon mega lange da ist. Und alleine das, und dann ist es ja fast egal, wo kommt die her, bla bla bla. Allein das erst mal zu verdauen, das ist, glaub ich, schon mal ziemlich krass. Ja, aber es ist für mich trotzdem ... Kommt's von der Erde. Da kennen wir halt noch nicht alles. Könnte jetzt auch ein Fisch gefunden werden, der irgendwie mega schlau ist oder so. Oder der taucht auf und sagt, ey, Stranger Things Staffel 3? Hm, ich weiß nicht. Das hat nicht das Gleiche, wie wenn der aus der Andromeda-Galaxie kommt und irgendwie frischen Wind reinbringt in die Bude. Wisst ihr, was ich meine? Ja, absolut. Ich würd dir aber auch raten, dass du das ... Also, du willst nicht das bekommen, was du dir wünschst, glaub mir. Weil, wenn ich jetzt mal ... Ich bin ja jemand, der sich mit dem Thema total interessiert befasst, was andere Leute vor allen Dingen davon halten. Ich sag nicht, dass ich das glaube oder auch nur anderen. Aber ich sag nur, es gibt eine gewisse Menge an Leuten mittlerweile, die befürchten, die Absichten der Aliens mittlerweile zu kennen. Was auch daran liegt, dass es so von ... Es gab ja diese Mega-Analysen irgendwie bei diesen ... Im Zuge dieser ganzen Veröffentlichungen und so gab's so ganz viel Whistleblower-Kram. Ich hab das auch nicht alles durchgelesen. Aber da gibt's unter anderem Absätze, wo's da um die kulturelle, kulturelle, philosophische Sicht der Aliens geht. Was die so denken. Und wie gesagt, ich glaub das jetzt so nicht. Ich will's nur einmal erzählen, weil dann hast du nämlich keinen Bock mehr drauf, dass die von woanders kommen. Und da geht's darum, dass diese Aliens daran glauben, dass alles, was ... Was eine gewisse Komplexität hat im Leben, dass die dann so eine Seele bekommen. Also, das, was wir Seele nennen, ist für die eine real existierende Sache, die existiert und immer größer und wichtiger und dichter wird. Je nachdem ... Wie gesagt, ich glaub das nicht. Ich muss das alle drei Sekunden sagen. Je nachdem, wie groß dein Bewusstsein ist. Also, wir haben eine Seele, Tiere haben eine kleinere Seele, Insekten haben wahrscheinlich ein Seelchen oder so. So in die Richtung. Und die farmen uns am Ende unseres Lebens, wenn du ins Licht gehst, und das ist eine Commodity. Also, so was wie ... Das ist bei denen, hat ein Wert. Du bist quasi so eine Art Kunstwerk, weil du eine große, prächtige Seele hast. Und dann fängt's nämlich an, dass die denken, okay, Leute, andere Wesen benutzen uns nur als Commodity. Wie gesagt, so was glaub ich nicht. Aber diese Leute glauben dann auch daran, dass die ganzen schlechten Gefühle, die auf der Welt verbreitet werden durch Social Media und so, dass das am Ende von den Aliens gesteuert ist. Weißt du, also, du landest dann immer am Ende bei sie gegen uns und bei einer Verschwörungstheorie. Wie gesagt, ich glaub das nicht. Aber diese Leute, die glauben das. Und dann denkst du dir, okay, dann hast du also richtig Angst den ganzen Tag, weil du irgendwie denkst, du bist nicht frei. Und du glaubst das auch, oder was? Nein, ich hab ... Das ist gemein, ey. Aber ernsthaft, ich lese mir das gerne durch, weil ich schreib gerne Geschichten und so. Ich weiß gern, wie andere Leute denken. Ich hab ja nur meine Denke. Natürlich, das ist ja auch faszinierend. Und ich find's so faszinierend, was andere aus diesen selben Ansätzen machen, wo ich sage, na ja, da steckt hier und da was drin. Aber andere gehen so viel weiter. Und das find ich schon spannend. Ja, und das ist halt auch immer ... Also, das ist halt irgend so ein Kern, wo man denkt, okay, warte mal, dass ... Irgendwelche Körper oder Crafts oder diese ganzen Sichtungen, diese TikToks oder so, wo dann immer auch irgendwelche Kampfpiloten oder whatever, irgendwelche Zeugen sagen, okay, das hat sich auf eine Art und Weise bewegt, die jeder physikalischen Grundlage widerspricht. So wie ich beim Fußball. Ja, so wie du. Jedem Antriebssystem, was wir haben, in irgendeiner Form entgegenläuft. Und na ja, und dann gibt's aber so was, was halt immer abgefahrener wird und immer so abgedrifteter wird. Und ich hab neulich aber auch so einen Text gelesen, wo ich auch dachte, okay, das geht jetzt wie bei allem erst mal davon aus, dass es Schwachsinn ist. Aber da hat irgendeine Person einen Text geschrieben, der so gut war. Oh, der, ja. Dieser Biologe oder was? Genau, wo so ein Typ, der irgendwie so sich als Biologe, also anonym gesagt hat, okay, er ist irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, welche Abart der Biologie irgendwas. Weiß ich auch nicht. Und der hat dann einfach einen komplett so Autopsiebericht sozusagen geschildert, wie der Körper funktioniert, was daran anders ist und was deren Erkenntnisse sind von jahrelangen Untersuchungen dieser Körper und so weiter. Das ist jetzt diese, die in Mexiko ausgestellt wurden. Nee, das war was anderes. Aber das war so gut geschrieben, dass ich währenddessen dachte, okay, selbst wenn das jetzt völliger Schwachsinn ist, das ist einfach gut geschrieben. Und da waren ganz viele Leute dann auch in den Kommentaren, was natürlich auch wieder Quatsch sein kann, die dann auch gesagt haben, okay, ich arbeite auch in einem ähnlichen Feld und ich kann zumindest die Teile, die der geschrieben hat, verifizieren. Das ist jetzt schon mal nicht Bullshit. So einzelne, wo du dann immer sagst, wo du ja relativ, wenn du Ahnung hast, kannst du ja schnell entzaubern, wo etwas Bullshit ist und so. Und da waren schon viele Leute bei, die auch dann so Referenzen geliefert haben, okay, der zumindest, der Part ist legit, weil kein Schwein versteht, was der geschrieben hat. Und entweder ist es halt einfach super interessant, so als fiktiver Text, wo du sagst, echt gut gemacht, geschrieben einfach, weil ich lese super viel Sci-Fi-Bücher einfach. Das könnte super als fiktives Werk einfach ... Das ist es eigentlich für mich. Das find ich so spannend. Man liest da oft Sachen, das ist wie ein gutes Buch und mir ist dann gar nicht so wichtig, was davon stimmt, ob's stimmt. Ja, es wär natürlich schöner, wenn's nicht anonym wär, sondern jemand, ne, aber man sieht ja auch teilweise, was dann mit Leuten passiert, die sich äußern, ob das jetzt Verrückte sind oder auch nicht. Du lässt Simon Kretschmann auf Twitter. Nee, aber ich mein jetzt mal, guck mal, dieser ... Flat Earthers around the world. Ein Beispiel, ich mein nur ein Beispiel, dass du sagen, weil da find ich Fels auf. Du hast diesen Ex-Marine, wie hieß der, der jetzt gerade ausgesagt hat auch bei UIP, Einer von den zwei Dingern. Da waren drei Leute und einer von denen, Grush, und den haben sie jetzt ... Das war der Haupttyp. Das war der Haupttyp, genau. Und dem wird ja jetzt vorgeworfen, dass er halt PTSD hat und irgendwie halt krank ist so. Und dann denkst du, ja, aber das hat er ja bekommen, weil er im Krieg war und das kriegen ja irgendwie 50, 60 Prozent der Leute. Also inwiefern ist das denn ... Also inwiefern diskreditiert ihn das denn für das, was er sagt? Und das sind so ... Du merkst so, wie sie versuchen, das zu diskreditieren und aber nicht so richtig die Mittel dafür haben, weil die Leute teilweise eben auch keine Wahnsinnigen sind, die irgendwie, weißt du, eine Geschichte haben, das Wahnsinn, sondern das sind halt oft ganz valide Leute, die 20 Jahre ihren Dienst tun von ihren Offizieren oder Vorgesetzten, meine ich, gesehen werden als kompetente Menschen, die dann eben irgendwann so was erzählen. Da kannst du dich schon, finde ich, fragen, bei dem Zehnten, Hundertsten, Tausendsten. Ja, okay, was ist jetzt eigentlich ... Irgendwas ist da ja dran. So seh ich das zumindest, dass da irgendwas definitiv dran ist. Aber klar, du kannst damit halt ... Du kannst, wie heißt das, griften, ne? Also wenn du mit diesem Thema Kasse machst, obwohl du nicht dran glaubst ... Also evangelische Fernsehfahrer, so als bei ... Das sind Grifter. Das ist ein 1A Grifter, gib mir die Kohle und dann wird alles gut. Und das gibt's mit Aliens halt auch. Dieser, wie heißt nochmal dieser in Amerika, dieser sehr bekannte Priester, der völlig durch ist auch. Die sind alle durch. Ich weiß, wenn du meinst, der sie doch sein reich ist und so richtig so irre ist. Ja, aber lass uns mal ... Ich wollte dich noch abschließen. Weil ich find das auch total interessant, mich da wirklich mit einer gesunden Portion Skepsis, und das ist das, was mir auch wichtig ist, das soll jetzt hier nicht so rüberkommen, wie irgendwie Too Deep in the Rabbit Hole. Nein. Wenn ihr, also wenn ... Ich find's einfach wirklich interessant und guckt's euch selber an und bildet euch mit einer skeptischen Distanz deine eigene Meinung, ob euch das interessiert oder nicht. Aber lass uns nicht wieder zu lange über das Thema sprechen, weil ich glaube, dass viele Leute auch über andere Dinge gerne sprechen wollen. Okay. Aber ich bin voll bei dir und find's auch mega interessant. Ich will's auch nur sagen, dass wir's deswegen haben, weil's heute passiert ist. Ja. Heute ist das Almost Daily, wird aufgezeichnet. Und das ist heute passiert. Ich bin quasi im Zug hierher, hab ich mich die ganze Zeit nur damit befasst. Ist ja klar, dass ich darüber reden will. Also ich hoffe, das verzeiht ihr mir. Aber ich hab auch kein Problem, ihr findet alle Informationen auf meinem Twitter-Account. Aber da würde mich mal interessieren, glaubt ihr dann auch an so Sachen wie Klimawandel? Nee. Alter. Hey, du, ey, jetzt mal, das würde ich aber auch gerne mal wissen, Ede. Glaubst du an den Klimawandel? Weil ich hab bei dir das Gefühl, dass du nicht rein glaubst. Ich glaube 100% an den Klimawandel. Frag mich, ob ich dran glaube, dass wir das Problem lösen. Okay. Ja, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Nein, dann bin ich bei dir. Nee. Aber vielleicht haben wir ja noch, sag ich mal, 100 Jahre. Es könnte ja auch wirklich sein, dass wir alle nur zu panisch sind, German Angst. Und in Wirklichkeit haben wir noch 100 Jahre. Ja, mehr als 100 Jahre. Ein bevor es schlimmer ist, bevor du wirklich nicht mehr normal leben kannst. Aber selbst das ist ja schon, das ist ja, ich mein, drei von vier Leuten hier haben Kinder. Und, äh, wenn du das hast, dann denkst du nicht nur an deinem eigenen Lebensspann. Ja. Und denkst, ja, das erlebe ich eh nicht mehr. Sondern du siehst dein Kind und denkst, fuck. Ey, wie anstrengend wird das, wenn, wenn jetzt auch Gedankenspiel. Nehmen wir an, es stellt sich heraus, ja, okay, doch, äh, äh, außerirdische Wesen sind am Start. Entweder kommen sie, oder sie sind schon länger da, egal. Und die haben jetzt einen Namen und die werden dann jetzt sozusagen öffentlich. So, und dann gibt's irgendwie auch gesellschaftliche Veränderungen und dann müssen wir halt jetzt dann dem neuen Xorb oder sowas huldigen oder sowas in Art. Stell euch das mal vor. Vielleicht wollen wir ja gar nicht, dass man ihn huldigt. Ja, vielleicht auch nicht, aber vielleicht wollen sie es halt auch und das ist dann aber super anstrengend. Also, wenn wir selbst noch nicht mal Twitter verlassen wollen, eigentlich keinen Bock Xorb anzuh- keinen Bock auf Xorb. Das hängt ja von so vielen Faktoren. Erstens mal, ist der cool, naja, sind die stärker? Haben die irgendwelche Kräfte, mit denen sie was tun? Weil sonst haben sie keine Chance. Dann sind sie eine Minderheit und dann werden sie genauso platt gemacht wie alle anderen Minderheiten. Mindestens werden Witze darüber gemacht. Ist so. Ja, wenn das einfach nur jetzt zehn von denen sind, sagen wir die, die da in Mexiko gefunden haben, es gibt zehn Stück von denen, was wollen die machen? 20 haben sie. Ja, 20, wenn die keine Power haben. Ich weiß, du hast natürlich jetzt auch, nimmst jetzt so ein bisschen die Rolle ein, das so als Vorlage für du Gags nimmst und das respektiere ich auch, aber, nur weil du das sagst und ich würde so gerne einfach mitgehen, aber Cortez, als der nach Südamerika gekommen ist, da waren es auch nur zehn Leute, gefühlt. Die haben einfach mal Millionen der indigenen Bevölkerung einfach platt gemacht und das war jetzt, aber weil die Power hatten in Form von Waffen und Technologie. der technologische und auch der biologische Unterschied zwischen den indigenen Völkern Südamerikas und Cortez-Truppe war jetzt global geschichtlich betrachtet nicht so dramatisch. Aber lass uns nicht zu sehr abdriften in der Geschichte, lass uns am konkreten Beispiel hören. Wir haben ja diese kleinen Menschen da in diesem Sarg gesehen. Was sollen die machen? Was sollen die machen? Ich pack zehn von denen. Ja, weil du hast aber auch Braunbären besiegt. Ja, exakt. Also das musst du ja mal und vor allen Dingen keine 40 Meter Würgeschlange. Ich sag einfach nur, weil du ja gesagt hast, die XORB, wir nennen sie es XORB. Ich nenne sie es XORB. Ja, die XORB. Wenn die XORB, die müssen ja irgendwie, wenn sie uns wirklich umwickeln wollen, wenn sie wollen, dass wir ihnen folgen, wenn sie einen neuen Kurs, das geht ja auch nicht so einfach. Klar, Social Media, gebe ich euch recht, wenn ihr einen guten Account hat so und ein paar gute, knackige Jokes auf Kosten von Christian Lindner macht, da kannst du schon in Deutschland Karriere machen. Langfristig gesehen, um die Welt einzunehmen, fehlt mir da noch das Gewissen, deshalb sag ich ja, Outer Space, wenn jetzt hier, stellt euch vor, ihr habt doch diesen Film gesehen, The Arrival von Denis Villeneuve. Hast du den gesehen? Ja. Genau, und dann kommen diese Ufos da, diese, wie nennt man die Formen? Pyramiden? Nee, was ist das? Ja, nicht Pyramiden, so elliptisch. Ach, das sind die Eier, diese ovalen. Ja, ja, genau. Wenn jetzt so ein Ding irgendwie über Manhattan schwebt, da gehst du natürlich anders ran, als wenn ich jetzt hier so ein tausend Jahre alte kleine Männchen in so einem Bilderrahmen sehe, wo ich sage, was will er machen? Ich kann kurz was sagen. Es gab, es gibt Berichte, auch in einem dieser Militärberichte, über eins dieser UAPs, was drei Tage lang an einer Location sich befand. Drei Tage. Also nicht, also genau das, was du eigentlich meinst, es war halt nur in einem Hoheitsgebiet, wo halt das Militär tätig war und deswegen hat man davon nichts erfahren. Und kleiner oder auch so groß. Habt ihr dieses Video gesehen, was gerade erschienen ist, wo dieses vermeintlich, es wurde glaube ich auch schon wieder debunkt, aber bei der Sonne so ein bisschen was abgezapft hat? Ja. Habt ihr das Video gesehen? Das sah wirklich crazy aus. Jetzt hat es wohl, also es ist wohl einfach nur irgendwie eine Sonneneruption, aber es sah aus, wie etwas das an der Sonne saugt und dann der Rüssel auch quasi so weggeht und es sah so so eine Tankstelle. Wie als ob einer Energie fängt. Ist doch lustig, wenn für einige Spezies die Sonne wirklich wie eine Zapfsäule wäre. Auf jeden Fall, also es wäre ein smarter Move, also Sonnen gibt es einige. Ja, ich bin mir sicher, dass, also ich meine, dass das theoretisch gehen würde, dass du irgendwie dich da bedienst an der Energie, die die zu bieten hat. Und ich habe neulich gehört, wir machen es auch nur, Neil deGrasse Tyson kennt ihr, ne? Ja. Ja, logisch. Und der hat neulich zum Beispiel gesagt, was ich auch nicht wusste, dass die Sonne nicht gelb ist oder nicht rot. Die Sonne ist weiß. Und er hat es erklärt und ich kann es nicht wieder erklären, wie er es erklärt hat. Aber die Sonne ist weiß und durch unsere Atmosphäre und irgendwas wird es gelb und rot gefärbt. Ich nicht. Aber die Sonne ist de facto nicht gelb und nicht rot aus irgendeinem Grund. Ich finde es vor allen Dingen lustig, wie er es erklärt hat, mit welchem Ton. Nämlich leicht aggressiv. Das finde ich so geil, weil er ist ja eigentlich so der Erklärbär. Aber die Frage ... Hast du es auch gesehen? Ich habe es auch gesehen. Und er war schon so ein bisschen so, ey, ganz ehrlich, muss ich es erklären? Ja, okay, ich erkläre es nochmal, aber bitte merkt dir, das verdammt nochmal jetzt. Aber ich muss echt sagen, dass Neil deGrasse Tyson ein ziemlich arroganter Fatzke geworden ist, meiner Ansicht nach, in den letzten Jahren. Also muss ich echt sagen, weil ich genau diesen Ton ... Ich verfolge ihn nicht. Diesen Ton hat er einfach mittlerweile immer. Ja? Dieses Überhebliche und ihr seid alle irgendwie ... Ihr wisst alle nix. Und ich denke, ja, du bist halt ein fucking Genie, so. Mhm. So, was soll ich denn dazu sagen? Soll ich mich jetzt schlecht fühlen? Entweder erklär es oder erklär es nicht, so. Aber komm nicht mit dieser erobenen ... Ach, muss ich das schon wieder erklären? Ich wusste es nicht. Also tu nicht so, als sei es jeder. So ist meine Meinung dazu. Der ist auch mal ... Der hat immer ein mega arrogantes ... Also, wenn ich dir frage, wo liegt bei Dark Souls das Schwert des ... Ja, genau. ... Anwalts, dann ... Okay. ... weiß ich nicht. Es ist immer nur eine Frage, wie Wissen bewertet wird. Du gehst in die Sümpfte der Verdammnis. Und dann ist da ... Das weiß doch absolut jeder. Das dritte Haus links ist da auch unter dem Tisch dieses kleine Tropfen. Den musst du anklicken, Alter. Ich glaub, das ist es hier. Können wir das abgreifen? Äh, ich ... Haben wir da Ton? If the sun were yellow, just think of this through. Say, the sun is yellow. No, it's not. It's white. If the sun were yellow, just think of this through. If the sun were yellow, then in broad daylight, snow would be yellow. But generally it's not. Alright? Nein, es ist gar nicht so aggressiv, wie es ... Wie gesagt, guck dir mal ganze Sachen in die, Mann. Ich mag ihn, ja, aber mir fällt das auf. Into the rest of the sky turning the sky blue and the more blue light it takes out, the more yellow red the sun looks. And that's why right on the horizon the sun is its deepest yellow red it will ever be. And people say, oh, this is our yellow star. No, it's ... The sun is white. People say, the sun is yellow. Das weiß ich nicht so schlimm. Es war nett. Alles gut. Ich zieh es zurück. Aber warum ist die Sonne denn, wenn man von der ISS, also außerhalb der Atmosphäre, Bilder von der Sonne macht? Warum es die dann nicht weiß? Warte, ich ruf ihn kurz an. Warte mal, frag mal. Haben wir denn solche ... Also, ich meine, wir haben sie sicher, aber haben wir die jemals so wirklich gesehen? Also, solche Bilder, meine ich, so mit einer weißen Sonne? Ich weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung. Ich hab auch neulich irgendwie ... Es gibt ja so ein ... Ich weiß nicht, es gibt ein Satellit oder irgendein Forschungsraumschiff, was relativ nah an der Sonne ist. Und da haben die auch erklärt, wie das gebaut ist, aus welchen Materialien, dass das überhaupt so nah an die Sonne rangehen kann und nicht schmilzt und auch noch sozusagen Daten sammeln kann und so weiter. Ich kann's jetzt natürlich wieder nicht mitgeben, aus welchen Materialien dann die Antennen und die, weiß ich nicht, die Sonnen ... So ne Legierung aus Sunkist. Trink. Ja, so Sunkist trink. Multivitamin-Sunkist trink. Ich hatte die auch immer ... Ich hab immer in die Schule ... Ja, irgendwie ... Aber das ist überhaupt, dass wir Menschen es schaffen, irgendwas zu bauen, was in die Nähe der Sonne geht, find ich schon ... Oder auch jetzt das James-Webb-Space-Teleskop, ne? Dass wir einfach irgendwie ... Howard Webb. Howard ... James Webb. James Webb. Ich denk auch. Howard Webb ist der Schiedsrichter. Schiedsrichter. Fußball. Oh! Howard Webb ist ... Ich hab irgendwas gestern oder so mit Howard Webb gesehen. Das ist der kantige Schiedsrichter. Und ich dachte ... Ey, natürlich James-Webb wie Howard Webb. James-Webb-Teleskop. Jedenfalls, das geht, dass wir ein Teleskop irgendwie in die Luft schießen. Und das uns dann einfach zeigt, wie der Anfang des Universums sein könnte. Das geht in meinen fucking Kopf nicht rein. Ich hab manchmal kein WLAN irgendwie im Keller. Wie passen solche Sachen zusammen? Wie geht das? Ich bin mir sehr sicher, die Leute, die dieses James-Webb-Space-Teleskop gebaut haben, dass die alle Internet hatten. Howard Webb. Howard Webb. Das Gute an der Sonde ist, du kannst keine Flaggen reinbacken. Das heißt, niemand kann Ansprüche auf die Sonne nehmen. Also das ist schon mal safe. Also solange wir noch nicht ein Material erfinden, womit man kleine Fähnchen bauen kann, ist die Menschheit schon mal safe. Also da wird's auf jeden Fall keine Kämpfe gehen. Die werden den Weg finden irgendwie mit einem Laser. So eine chinesische Flagge in die Sonne. Dann müssen alle auf der Welt müssen immer die chinesische Sonne aufgehen sehen. Das Space-Programm von Indien geht ja richtig steil gerade. Die untersuchen sozusagen als Nation, als Schwerpunkt die Sonne. Die haben sich das als Feld genommen. Und dann die Rückseite des Mondes wiederum, die ist auch total von Interesse. Da wurden jetzt auch scheinbar, so hab ich's mitbekommen, auch schon Fähnchen wieder gesteckt. So Südpol wird jetzt annektiert sozusagen. Sind die denn gelandet oder haben die nur gescannt? Weil wir hatten ja letztes Mal auch drüber geredet, dass diese verschiedene Länder, verschiedene Missionen gerade... Bevor ich Quatsch erzähl, also... China, ich würd's nur gerne wissen, ob wir mittlerweile wieder auf dem Mond waren. Die haben... Eine nächste Bemannte ist geplant. Und soweit ich weiß, sind sie gelandet. Also die Inder sind wohl auf dem Mond gelandet wieder. Die haben eine Sonde da platzieren können. Aber die Chinesen haben's nicht geschafft. Da soll die Sonde von der Rückseite des Mondes, die soll wohl abgestürzt sein. Aber das sind halt... I don't know, Alter. Die Russen haben uns ja auch verkackt jetzt. Die Russen haben... Ja, irgendwie sowas. Dass das noch so schwer ist. Ich mein, oder? Wir haben das damals... Das so in 60 Jahren mittlerweile so... Ja, der Witz ist, dass die... Wenn du dir anschaust, wann so die ersten Fluggeräte entwickelt wurden von der Menschheit... Otto Lilienthal, you remember. Und so ein Kram. Und dann gucken wir, okay, wie lange hat das gedauert von der Erfindung des Fliegens, so von der Entwicklung von Flugzeugen und so, bis hin zur Mondlandung. Und wie viel Zeit ist da vergangen? Und wie viel Zeit ist von der Mondlandung bis jetzt vergangen, wo wir wieder irgendwie versuchen, auf den Mond zu kommen? Dann merkt man, dass der technologische Fortschritt der Menschheit irgendwie nicht nur nach oben geht, sondern dass man manchmal auch... Nicht exponentiell, ja. Ja. Wahrscheinlich ist es aber eher nur eine Kostenfrage. Also ohne, dass ich jetzt weiß, es ist eine Vermutung. Wahrscheinlich ist es gar nicht ein technologisches Ding, sondern dass es einfach so teuer ist, eine Rakete zu bauen. Ja. Deshalb macht ja Musk auch diese Experimente der selbst landenden Rakete, weil das langfristig halt die Kohle spart. Das muss so teuer sein, diese Maschinen zu bauen, dass das einfach so langsam vorangeht. Ich hab das in der Doku auch gesehen. Also schlussendlich, das Space-Programm damals war ja im Prinzip eine militärische Entscheidung. Also das war, da wurde so viel Geld von den USA als auch in der Sowjetunion, die haben einfach so viel Geld da reingepumpt, um technisch sozusagen eigentlich im Krieg oder im kalten Krieg, wenn du so willst, das Star-Wars-Programm meinst du, ne? Ja, im Prinzip. Ich glaub, das hieß du tatsächlich. Wie hieß es? Star-Wars-Programm. Star-Wars-Programm. Zu Reckons? Haben wir letzte Woche über, ich hab leider schon wieder vergessen diesen Namen, wenn ganz viel Space-Debris entsteht und das, wie heißt, es gibt eine Theorie, dass wenn zu viel Space-Debris ist, also wenn wir zu viele Satelliten haben und sie sich gegenseitig irgendwann zerstören, entsteht neuer Debris und dann kommt so ein Schutzschild um die Erde, das heißt, wir können gar nicht mehr raus, weil wir einfach zu viel Müll draußen haben. Wir kommen nicht mehr durch den Gürtel aus Müll sozusagen, ja, weil einfach durch, je mehr Satelliten wir oben haben, die zerstören sich alle gegenseitig, mehr Kleinteile und sobald du raus willst, wirst du halt einfach zerballert, weil die Details natürlich auch immer schneller und härter werden. Weil der müsste ja dann den ganzen Ball abdecken, oder? Weil wenn das nur so ein Gürtel ist, dann kannst du ja trotzdem an jeder anderen Seite in den Weltraum, oder? Könntest du nicht, also verbrennen die nicht ohnehin? Ich mein, die sind ja in der Umlaufbahn und die werden ja wahrscheinlich sich langfristig dann so also auf die Erde stürzen und dann verbrennen die. Ich hab vergessen, ich krieg's nicht mehr. Naja, wenn die weit genug von der Erde weg sind, sind sie ja nicht mehr der Anziehungskraft ausgesetzt. Aber wie traurig das wär. Weißt du, ja doch, aber das ist ja, wenn sie in der Umlaufbahn zu sein, müssen sie ja in der ... Also sie sind ja immer der Anziehungskraft ausgesetzt. Die Frage ist nur, wie weit, wie viel. Aber bei Gravity ist doch George Clooney nicht mehr in die Erdatmosphäre gekommen. Ja, das kann gut sein. Jaja, das in dem Fall die rausge- Kessler-Effekt. Nice! Collisional Cascading. Geil. Ja, darüber reden wir hier. Ja, wir ... Na klar. Danke Regie. Kannst du den Kessler-Effekt etwa nicht? Ja, ich weiß es auch nicht. Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass wenn man das lange noch treiben lässt, dass das dann alles irgendwo in den Müll zerkleinerer sozusagen kommt. Und dann, ja. Und dann wünschen wir uns die Xorps zurück. Dann nämlich, die Xorps warten einfach so lange, bis die Menschheit sich wirklich mal in die Kacke gesetzt hat. Und dann auf einmal, da sitzen sie dann mit ihren drei Steinen im Bauch und sagen, ja, okay, jetzt helfen wir euch. Es gibt, also ich glaube, dass die Xorps gekommen sind, weil sie irgendwann unseren Gullideckel gefunden haben. Und ihr fragt jetzt, was, Simon? Was? Es gab Atomversuche zu irgendeiner Zeit, als sie den noch regelmäßig gemacht haben. Und da haben sie so einen riesigen Metalldeckel oben drüber gemacht. unten die Atombombe, oben so einen riesigen Deckel. Und die Wissenschaftler haben schon gesagt, das wird nicht halten. Die wollten es aber ausprobieren und dann haben die diesen Deckel mit einer absurden Geschwindigkeit ins All geschossen. Weil natürlich das Ding einfach hochgepallert wurde. Ist das eine reale Geschichte? Das ist das schnellste menschengemachte Objekt, das ins All geflogen ist. Es ist natürlich nicht ins All gekommen, weil es eben wegen dem Kessler-Effekt verglüht ist. Aber das ist geil, oder? Das schnellste von Menschen gemachte Objekt ist einfach so ein Manhole-Cover, nennen sie es, glaube ich. Manhole. Ja, also Manholes sind diese Dinger und das ist das Cover. Also einfach so ein Stück Beton oder halt Metall. Ich weiß es nicht. so eine Platte. Guckt das mal nach. Ich erzähl keinen Scheiß. Ich hab das letzte in der Aufzählung der schnellsten Objekte gesehen und da ist es fast ganz hinten irgendwie. Und auf der Erde ist es das Schnellste. Es gibt nichts, was schneller war. Auch der Gepard nicht? Auch der Gepard nicht. Wie gesagt, ich bin immer noch die 40 Meter lange Schlange, glaube ich, könnte da noch eine Chance haben. Ehrlich gesagt, ich hab mich auch bis heute nicht davon überzeugt. Ich hab irgendwann gesagt, okay, wir sind dumm, wir haben keine Ahnung. Aber tief in mir bin ich aus dieser Sendung gegangen und hab gesagt, es gibt bestimmt irgendwo eine 40 Meter lange Schlange. Ey, ich denk auch. Wie hat Bill Burr vor dem Rucksack stand? Stark. Die war sogar länger als 40 Meter. Die war länger als 40 Meter. Ich guck auch immer schon bei Tieren. Irgendwann find ich was. Ich sag's dir. Irgendwann find ich was. Der Moment, endlich diese Schlange gefunden wird oder so. Ey, übrigens, aneinanderge... Kopf abgeschnitten und dann so wie bei Human Centipede. So einfach so zehn Anacondas aneinander. Dann lege ich sie hier so rein. Es gibt so einen ganz schlimmen Instagram-Account. Und ich weiß gar nicht, ob ich den sagen sollte. Aber es gibt eine... Ich sag den Namen nicht von dem Account. Aber es gibt einen Instagram-Account, der zeigt nur die dunkle Seite der Natur. Die dunkle Seite der Natur. Ah, ich kann sowas nicht sehen. Und das ist echt erschreckend, weil da sieht man einfach nur, was Tiere anderen Tieren antun und wie unfassbar triebgesteuert die sind. Und da fällst du vom Glauben ab. Also das sind halt so Sachen, die sieht man auch nicht alle Tage. Ich will jetzt auch nicht unbedingt alles erzählen, was ich da schon gesehen habe. Aber es zeigt einfach, wie krass auch die Tierwelt, also das Animal Kingdom. Und da gibt es von großen Tieren, also Bär gegen, was weiß ich, Löwe oder Giraffe gegen Zebra. Aber es gibt es auch auf Insektenbasis, also überall, ne? Überall herrscht reiner Krieg und reines Ich-muss-überleben-Gedanke. Da haben wir uns voll entfernt als Menschen von. Von dieser Welt. Ja. Es gibt eine Moral und eine Ethik, aber ultimativ ist es, der Instinkt ist trotzdem da. Ich meine, Entschuldigung, ich meine, dass wir, wir sind uns selbst die größte Gefahr, aber dass du irgendwo lebst und Angst haben musst vor der Umgebung, von der Natur, vor anderen Tieren, wir sind nicht mehr Beute, wir sind halt einfach Nummer eins, so das meinte ich damit. Und überall in der Tierwelt hast du so diesen ständigen Kampf und Konflikt. Also da, wo wir jetzt leben, in Europa, in der Großstadt, ja, aber es gibt ja auch, was weiß ich, in Indien oder so, wo es theoretisch auch immer noch Angriffe gibt von Elefant-Tigern oder Elefanten, schon, aber ich glaube schon, dass der, dass so, wir haben so ein Korsett, aber wenn das, es gibt ja auch diese ganzen Apokalypsen-Filme und Bücher, The Road und so weiter. Ich glaube, wenn dieses Korsett mal reißt, dann sind wir relativ schnell wieder auch, erinnerst du dich noch an den Buchclub mit Wolfgang Schmitt? Ja, sehr schön. Die Möglichkeit einer Insel vorgestellt und da gibt's auch in diesem Buch so zwei Menschengattungen, das eine sind halt die erweiterten Menschen, ne, also mit einem erhöhten Intellekt und so, die aber dann so ganz isoliert und einsam leben und das andere sind dann so die Menschen wirklich so im Höhlenalter, so, ne, am Höhlenmensch. Sehr natürlich. Und der Kontrast zwischen denen, wie der so geschildert wird, die einen so voll divilisiert und so und die anderen einfach wirklich wie die Tiere. Ja. Brave New World hat auch so einen Kontrast zwischen den Wilden draußen und den Städtern. Und ich glaube, das Ganze, und du siehst es ja, ich mein, Krieg und so weiter ist ja am Ende des Tages auch Kampf um Ressourcen, das ist nichts, was anderes als was Schimpansen machen. Im Prinzip ist ja, was so die Philosophen, ich glaube Thomas Hobbes oder so hat es ja auch gesagt, der Mensch ist dem Mensch ein Wolf und braucht deshalb sozusagen den Leviathan, der, ähm, der uns regiert und sagt, wie wir uns verhalten müssen, weil wenn es den nicht geben würde, das Korrektiv. Das haben wir damals an der Uni drüber geschwimmen, das ist das Einzige, was ich hier gelernt habe an der Universität, so weiß ich es noch, aber dann, ähm, dass der Staat, wie wir ihn heute kennen, ja begründet wurde, damit der Mensch sich nicht selbst überlassen ist, ähm, und früher hat man ja gedacht, ne, Monarchie oder, oder so, dass man, dass es einen Großen geben muss, der für alle entscheidet. göttlich gesegnet halt noch damals. Ja, dann noch göttlich gesegnet, Louis XIV und so, aber das ist halt einfach, äh, zeigt, dass wenn der Mensch keine Regeln hätte, kein Korsett, wie du gesagt hast, in das man eingespannt wird, sondern einfach nur, dass quasi das Recht des Stärkeren gelten würde, wie auch in diesen ganzen apokalyptischen Filmen, dann wären wir auch wieder die Tiere, dann wären wir auch wieder die Predator, die einfach nur Nahrung gucken, die ihre Kleinen schützen wollen, ohne Rücksicht auf Verluste, gibt's ja in, was weiß ich, ob Last of Us ist, The Road, dies, das, also, wir werden quasi Kraft unseres Verstandes davon abgehalten, dieser reinen Überlebensnatur in uns. Ja, und deswegen glaube ich, bin ich ja Fan von dieser, haben wir auch schon häufiger mal besprochen, einfach der Gedanke, dass die menschliche Evolution, irgendwann der Mensch muss seine eigene Evolution in die Hand nehmen, das ist an dem Punkt, wir können jetzt uns lossagen, wie Kinder von ihren Eltern, so wie, wie die Krabbe, die sich dann häutet und wir sind, wir müssen irgendwann, weil wir, wir können so viel zivilisatorisches Kleiderwerk um uns herum, so, dass wir uns selber belügen und sagen, wir sind keine Tiere, wir sind Tiere, aber deswegen der nächste Schritt wäre wirklich zu sagen, ey, wir müssen uns, wir müssen die Evolution beschleunigen, uns biologisch so verändern, dass wir eben nicht mehr untertan dieser niederen animalischen Triebe sind und dann sind wir wieder bei den Aliens mit diesen großen Köpfen und ihren riesigen Gehirn, die dann, und keine Geschlechtsorgane mehr haben. Vielleicht kommen die aus der Zukunft und gucken nur, wie sie früher aussahen. Genau, aber ich mein, das ist ja wirklich so. Touristen, Touristen, die Scheiße gebaut haben. Ja. Vielleicht sind wir auch einfach irgend so ein Backwash, so ein Hinterkaff, also die Erde und alle Assi-Aliens kommen zu uns, deswegen stürzen die auch ab, die haben keine guten Fahrzeuge mehr, der TÜV ist längst abgelaufen, die haben keinen Sprit und dann stürzen die ab, weil die einfach, das ist die letzte Chance, wo du noch Berlin, das ist quasi, Erde ist Berlin des Universums, wo dann alle hingehen, die sonst nirgendwo was erreicht haben. Oh mein Gott. Ja, stellen Sie das mal vor. Weil ich mein, die Dimensionen sind ja so, für uns ist das alles mega weit weg, aber wenn man so rauszoomen würde, ne, und so, keine Ahnung, so zwei Zentimeter in der Milchstraße nach links und so, und man würde sagen, oh Gott, die kommen von der Erde. Irgendwie, da ist das ja gar nicht mehr so weit weg, wenn man, wenn man denkt, dass jemand so reisen könnte. Also, vielleicht meiden die uns auch. Vielleicht ist das der Grund, warum wir fast keine Aliens hier sehen. Fast, allein, dass du da allein fast schon wiederstunden bist. Wie, warte mal. Wir kriegen ihn noch. Ja, aber das ist halt einfach, weil die einfach gar keinen, die meiden. Das ist so wie so eine schlechte Gegend, wo du sagst, oh, da würde ich nicht nachts hinfahren. Genau. Ja, da würde ich mich nicht sehen lassen. Guck mal die, die Star Trek Staffel mit Captain Archer. Das ist sozusagen chronologisch die erste, wo sie, also das erste Mal Raumfahrt betrieben werden. Heißt die Enterprise? Ja, das ist Enterprise auch, aber das ist also, also in der, in der Chronologie sozusagen, ist das noch vor Kirk und so weiter. Das ist sozusagen das erste Schiff. Mit Scott Beckhiller oder von damals oder meinst du na? Ja. Okay, das wollte ich nur wissen. Der auch hier die Reisen in die Vergangenheit, Zurück in die Vergangenheit und so gemacht hat. Und die guck ich, bin ich grad noch mal so durch und das ist auch sehr interessant, weil da sind die noch sehr emotional und sehr teilweise so richtig so rough und so, auch glaub ich bewusst und das ist schon irgendwie so interessant, weil ja schon der Gedanke ist, okay, wenn der Mensch wirklich so sich so eingliedert in so eine galaktische Gesellschaft und die Notwendigkeit zu wachsen auch in so viel zivilisatorischen Fragen und so weiter und dann hängen die da mit den Vulkaniern ab und die sind natürlich schon auf einem ganz anderen Niveau. So ein bisschen Mass Effect auch, ne? Ja, ja. Es ist viel davon drin, es ist, ja, aber es ist schon, geht es auch so ein bisschen in diese Richtung. Vielleicht würde uns Menschen das gut tun, wenn wir mal, wir denken ja immer so eine neue Alienrasse, die bringt da neue Technologien oder vernichtet uns, aber vielleicht ist es immer viel zu extrem gedacht, einfach eine neue Alienrasse, die wollen gar nichts von uns, die kommen vorbei wie Nachbarn und du kannst vielleicht ein bisschen dir was abgucken, manche Sachen können die sich von dir abgucken, so, ah, ihr macht es so, alles klar, hier, das ist unsere Cola, probier mal, boah, geil, Alter. Und du hast einfach nur ein neues Getränk, also es ist noch gar nicht mehr, du hast einfach nur, wow, die Xorp haben uns das gebracht. Ja, aber kommen die mit so Multi-Level-Management-Schemes und wollen die dann irgendwas verkaufen, verkaufen die dann Grundstücke auf den Saturn oder so. Ja, Dropshipping, es kostet die nur zwölf Knorks, aber dir wollen sie 120 Knorks abnehmen und du weißt das nicht besser, weil Ali Knorkser ist ja für dich gar nicht zugänglich. Ja, so ein bisschen wie damals die Mauer fiel und dann die ganz deutschen Autohändler einfach alle abgerabt haben, so, die da rüber, einfach nochmal rüberschauen wollten. Ja, und wir haben Henry Maske und Matthias Sommer gekriegt, also, geht ja in beide Richtungen der Deal. Ja, die waren ja super. Ja, eben. Also, hallo? Das meine ich ja, wir haben denen ein bisschen was gegeben, wir haben uns ein bisschen was gegeben. Ihr könnt uns auch ein bisschen was geben, nämlich, oh, Liebe, im Supporters Club. Hittet mal den Supporters Club, da ist er, rbtv.link slash support supported. Diese Sendung und alle anderen auch. Es freut uns nämlich sehr. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ist nächste Woche schon der Urologentermin? Übernächste Woche. Übernächste Woche. Wir machen das wirklich, ja? Wir haben eine Urologin hier. Super. Und dann kommt eine Urologin auch für dich nochmal. Das, ey, das wäre, ey, wir holen nochmal einen Pope. Nick Pope war doch schon mal hier, der vom britischen Verteidigungsministerium, der ja auch über Ufos und so geht, den können wir doch bestimmt nochmal anzapfen. You remember us? We're still there. Der sagt, oh, you're still doing it? Ja, den können wir doch mal verpassen. Ja, ey, ich weiß gar nicht, wie der schon mal zustande kam. Das wäre jetzt das allergeilste. Einmal ein Ufo, almost daily, Hammer. Und dann zeigen wir dem die Bilder von den mexikanischen Neandertalern da und dann sagen wir mal, der soll was dazu sagen. Vielleicht ist es gut, dass wir einmal das Thema auch mal abschließen. Weil das wird immer, das findet immer wieder seinen Weg und ich glaube, es gibt auch viele einfach die, almost alien und jedes Mal, wenn das Alien-Thema kommt, dann drehen die ihre Augen ab und denken so, fuck, reden die schon mehr über den Shit. Und dann haben wir einmal das konzentriert und können das einmal so wirklich auch ohne Scheu, dass man irgendwen langweilt, einfach mal abschließen. Finde ich gut. Also, nächstes Mal keine Aliens. Nächstes Mal reden wir über KIs. Wer weiß, was wieder rauskommt. Also unter Vorbehalt. Wenn es jetzt die noch krasse Enthüllung gibt und so weiter, die XORB plötzlich anfangen TikTok-Videos zu meinen, dann müssen wir darauf eingehen. Bis dahin freuen wir uns dann auf nächste Woche. Übrigens morgen, nee, Quatsch, das wird ja heute, das wird ja morgen ausschließen, heute ist Donnerstag. Heute Wolfgang M. Schmidt bei Kino Plus. Ui, das wird auch cool. Und Uke bei Wehrwolf. Wehrwolf am Freitag. Also geiles Programm, supportet das. Bis dann, tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020